Indem wir einen Streamformat durchführen, gleichzeitig auch das entsprechende Öffentlichkeit über Sachsen Fernsehen. Herzlich willkommen auch die Kollegen und damit das Einbinden in den Livestream im Netz ermöglichen, sodass sowohl wir hier als Vertreter des Rates der Verwaltung und natürlich die Dresdnerinnen und Dresdner ihre Fragen mitverfolgen können. Und dementsprechend genauso informiert werden, wie wir es üblicherweise aus den Stadtratssitzungen kennen, solange wir im Moment relativ hohe Inzidenzzahlen haben. Der Versuch eines Formates. Ich freue mich, dass Sie sich auf dieses Experiment einlassen, hoffe, dass es auch technisch alles so gut funktioniert und dass wir dann entsprechend einsteigen können. Bevor es so richtig losgeht, ich habe mich gefreut auf diese Veranstaltung und mit Ihnen das mal zu testen. Ich muss auch trotzdem schon mal mit einer Entschuldigung beginnen, dass ich mich dann nach einer gewissen Anfangsphase über die ersten paar Fragen mitmachen, damit ich auch sehe, wie es läuft, aber dann doch zu Hause zurückziehen muss. Und Kollege Erster Bürgermeister Herr Sittel das dann übernehmen wird weiter, weil Sie können sich vorstellen, spätestens seit gestern Abend, so die ersten Corona-Verordnungsentwürfe in das Haus flatterten, sind wir etwas im Stress unterwegs, wie das, was da drin ist, auf der einen Seite noch in geordnete Bahnen gebracht wird, dass es auch umsetzungsfähig ist. Zum Zweiten das, was mutmaßlich in der Verordnung ist, dann auch entsprechend vorbereitet werden kann. Und ich kann Ihnen sagen, zumindest in Sachsen-weit, aber ich glaube auch deutschlandweit sind die Rathäuser im Moment in ordentlicher Bewegung unterwegs, so dass wir da jetzt etwas umsetzen, was auch dann funktioniert von dem, was jetzt in den Verordnungen enthalten ist, zumindest in den Entwürfen. Parallel tagt ja der sächsische Kabinett und dann sind wir gespannt auf das, was tatsächlich aus dem Kabinett an Verordnung, Entwurf, in die dann auch Veröffentlichung hineingeht. Und da die Wirkung ja ab Montag ist, bleibt uns nie allzu viel Zeit der Umsetzung. Deswegen sehen Sie es mir nach, dass man das natürlich auch eine gewisse Priorität im Moment hat und heute auch in tausend Videokonferenzen einen Teil meines Tagesablaufs bestimmt hat. Aber jetzt genug der Vorrede. Wir wollen einsteigen in das, was uns zusammenbringt, nämlich die Fragestunde und wir beginnen mit der ersten Fragerunde. Heute Fraktion Die Linke ist die erste, die jetzt dieses Format testen darf und Frau Dr. Geitsch, wenn ich Sie bitten darf. Die Frau Dr. Geitsch ist dabei. Herr Helbert, die Frau Dr. Geitsch ist noch nicht eingeloggt. Ich habe Frau Dr. Geitsch gerade am Telefon. Ich versuche sie mal irgendwie reinzukriegen. Okay. Ansonsten wäre ich so frech und würde sagen, dann gebührt der Nächsten, nämlich der Frau Frohwieser, das erste Fragerecht. Und sie darf dann in die Pionierrolle hineingehen. Liebe Frau Frohwieser, bitteschön. Dann tue ich das sehr gern, Herr Helbert. Für jemanden, die hier seit einem Jahr Homeschooling, Homestudying, Homeoffice erlebt, ist das ja nicht so neu. Aber ganz herzlichen Dank, dass Sie das auch hier mit uns jetzt heute ausprobieren. Erlauben Sie mir zu meiner Frage ein kleines Vorwort aus aktuellem Anlass. Ich hatte heute, ja, ich glaube, man darf es das Vergnügen nennen, weil viele Leute gerade sich danach gesehnt hat, mal wieder einen Friseurtermin zu haben. Und es dauerte nicht einmal bis zur Haarwäsche, dass sofort das Thema darauf kam. Das ist eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern, die jetzt A, sehr froh ist, wieder ihrem Beruf nachgehen zu können nach drei Monaten in der Kurzarbeit. Und B, auch berichtete, wie ihre Kinder sich freuen, dass sie wieder in der Kita ihre Freunde treffen können. Aber natürlich fragte sie auch sofort nach dem Thema Elternbeiträge und Betreuungszeiten. Auch diese junge Frau hat mir sehr deutlich gesagt, dass sie ganz, ganz großes Verständnis dafür hat, dass die Kitas momentan im eingestrengten Regelbetrieb nicht den vollen Betreuungsumfang anbieten können, also verkürzte Öffnungszeiten haben. Aber auch sie fragt sich natürlich bei den langen Arbeitszeiten, die sie jetzt natürlich in ihrem Handwerk auch hat, warum sie im Betreuungsvertrag eine längere Zeit, die da vereinbart ist, in dem Fall zehn Stunden, die Kita hat aber nur sieben Stunden geöffnet, nicht unkompliziert und unflexibel anpassen kann, damit sie eben die Betreuungszeit entsprechend so geregelt hat und auch bezahlt, wie die Kita geöffnet ist. Und daher bitte ich um die Beantwortung der Frage, dieses Thema Anpassung von Betreuungszeiten in den Verträgen an die reduzierten Öffnungszeiten im eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas. Es gab es im Frühjahr vergangenen Jahres ja auch schon mal, da hat die Stadt es auch unbürokratisch möglich gemacht, den Eltern jetzt bekommen die Eltern momentan die Auskunft, dass das nur im Rahmen der Frist, wie es in der Fördersatzung steht, innerhalb eigentlich eines Monats, die Eltern bekommen im Moment die Auskunft frühestens zum 1.4. möglich ist, warum wir das nicht kurzfristig und unbürokratisch den Eltern auch jetzt wieder ermöglichen können, die Betreuungszeiten entsprechend anzupassen. Und ich würde mir erlauben, die zweite Frage gleich hinterherzuschieben. Die Alternative, die es dazu gäbe, was die Betreuungszeiten angeht, wäre ja das Zurückzahlen von Elternbeiträgen, die zu viel entrichtet werden, wenn eben die Einrichtung in dem Fall dann teilgeschlossen ist, ob und inwiefern sie das in Betracht ziehen, dann, wenn man nicht einfach die Betreuungszeiten anpassen kann, dort vielleicht an dieser Stelle das Instrumentarium zu nutzen, der Teilschließung und der Rückerstattung von Elternbeiträgen. Vielen Dank, Frau Frohwieser, für die Fragestellung. Bestimmt eine wichtige, die viele Dresdnerinnen und Dresdner beschäftigt. Der Bürgermeisterkollege Herr Thonhauser wird die Beantwortung übernehmen. Ja, liebe Frau Frohwieser, das mache ich natürlich gern. Und vielleicht vorab, das können wir sicherlich jetzt nie in einer Videokonferenz klären, aber ich würde, das können wir vielleicht nochmal telefonisch besprechen, schon nochmal interessieren, was ist das für eine Kita, eine kommunale oder eine Kita-Brei-Erträgerschaft. Und vor allen Dingen, wenn es eine kommunale wäre, würde mich natürlich interessieren, welche das ist, weil ich nach wie vor davon ausgehe, dass eine Regelstundenzeit von neun Stunden, so ist es auch gesetzlich vorgesehen, abgesichert werden kann. Und wenn es so wäre, dass nur sieben Stunden angeboten werden, da würde ich mich nochmal persönlich dahinter klemmen, was dort, wenn es so wäre, der eigentliche Grund ist. Aber zur Frage zunächst erstmal. Die Kinderbetreuung ist im eingeschränkten Regelbetrieb durch die strikte Trennung der Kindergruppen mit fest zugewiesenen pädagogischem Personal wesentlich personalintensiver als die Betreuung im Normalbetrieb. Der sachsenweit geltende Personalschlüssel bemüßt sich gleichwohl auch im eingeschränkten Regelbetrieb ausschließlich an den vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden. Jede Minimierung der vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten durch Eltern schlägt sich insofern direkt mindern, auf das den Einrichtungen zur Verfügung stehende Personalvolumen nieder. Der aktuell laufende Betrieb wurde auf Basis der für die Monate Februar und März 2021 vertraglich gebundenen Betreuungszeiten und den damit korrespondierenden Personalkapazitäten geplant. In der Folge basieren auch die derzeit bereits eingeschränkten Öffnungszeiten auf den laut Betreuungsschlüssel zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten. Jegliche kurzfristige Minderung der vertraglich gebundenen Betreuungszeiten führen direkt zu einer noch schmaleren Personalausstattung der jeweiligen Kindertageseinrichtungen und konnten folglich lediglich durch eine noch stärkere Einschränkung der Öffnungszeit kompensiert werden. Mit dem von der Verwaltung praktizierten Verweis der Eltern auf die Regelung der Fördersatzung zur Änderung der vertraglichen Betreuungszeiten sollte der geschilderte Kreislauf abgeschwächt werden. Alle aktuell vorliegenden Betreuungszeitänderungen wären satzungskonform zum 1. April 2021 wirksam, sodass in den Monaten Februar und März keine weiteren Einschränkungen der Öffnungszeiten notwendig sind. Dass sich die Eltern solidarisch zeigen, indem sie ohne Anspruch auf Beitragserstattung ihre Kinder zu Hause betreuen oder für eine geringere Stundenzahl in die Kita geben, nehmen wir auch in den Dresdner Kindertageseinrichtungen wahr. Wir sind sehr dankbar für dieses Entgegenkommen. Es unterstützt uns in unseren Bemühen, die Kitas und Horte täglich so lange wie möglich offen zu halten. Zur zweiten Frage. Die zitierten Regelungen § 8 Absatz 5 der Elternbeitragssatzung sind nach Einschätzung der Verwaltung, wie gesagt Einschätzung der Verwaltung, auf die verkürzten Öffnungszeiten nicht anwendbar. Dies insbesondere, weil die Rückerstattungsregelung nur dann zur Anwendung gelang, wenn die Kindertageseinrichtungen mindestens einen Tag beschlossen haben. Dafür spricht vor allem die Formulierung im zweiten Absatz der Elternbeitragssatzung. Ich lasse das jetzt mal alles weg, was da drin steht. Es ist doch eher unüblich, dass Kindergartenkinder innerhalb eines Tages verschiedene Einrichtungen besuchen. Das ist der Absatz, wo darauf abgehoben wird, wenn man diese Variante in Betracht ziehen würde, es einen Rückzahlungsgrund gibt. Die Regelung legt daher nahe, dass die Betreuungsmöglichkeiten mindestens für einen ganzen Tag in Folge der Gründe in Absatz 2, § 3 geregelten Formulierungen entfallen sein muss. Das sind die, um das vielleicht nochmal der Öffentlichkeit auch zu sagen, wenn zum Beispiel eine Kita bei Streik geschlossen bleibt oder wenn eine Kita geschlossen bleibt, wenn Havarien oder Sonstiges eingetreten sind. So, und vielleicht nochmal grundsätzlich dazu, es gibt ja jetzt einen Antrag, der in den Gremien behandelt wird, wo sich genau mit der Thematik der Ausschuss für Bildung beziehungsweise Betriebsausschuss Kita und abschließend der Stadtrat beschäftigen wird. Dort werden wir uns die Sachen nochmal ganz genau anschauen, abwägen, weil in der Tat hat natürlich Frau Frohwieser recht, dass wir im Frühjahr vergangenen Jahres da kolanter rangegangen sind. Eine Erwägung spielte jedoch, und das wollen wir schon nochmal im Ausschuss auch thematisieren, dass ja der Stadtrat per Beschluss zum Haushalt 2021-2022 festgelegt hat, dass die Elternbeiträge nicht steigen in Dresden und somit mit über 10 Millionen Euro nicht belastet worden sind und wir daher der Auffassung waren, dass wir also vom 15. Februar bis 31. März so vorgehen können. Wenn man in dem Ausschuss zu einer anderen Auffassung kommt, beziehungsweise wenn der Stadtrat mehrheitlich diesem Antrag folgen würde, wäre man selbstverständlich rückwirkend, die zu viel gezahlten Beiträge zurückzahlen. So viel vielleicht. Herzlichen Dank dafür. Wenn Sie mir noch eine Nachfrage erlauben würden. Die Eltern, die sich gemeldet haben, das ist bunt gemischt. Das sind Eltern aus freien Kitas, aber auch aus Eigenbetriebskitas und die Öffnungszeiten, die die angeben, wenn sie sich melden, sind zwischen sieben und neun Stunden. Aber das kann ich Ihnen nochmal konkret zuarbeiten, um welche konkreten Einrichtungen es sich handelt. Aber Sie sprachen jetzt gerade auch nochmal von dem bis 31. März. Das können Sie zumindest noch erklären. Gerne auch nachgereicht. In der Fördersatzung steht ja, dass die Betreuungszeiten binnen eines Monats angepasst werden. Warum Sie dann nicht wenigstens zum 15. März, am 15. Februar haben die Einrichtungen wieder geöffnet angepasst werden können? Also reiche ich gerne nochmal schriftlich nach. Auch so, wie ich es dargelegt bekommen habe, wird aus der Satzung so herausgelesen, dass das Anzeigen der Verminderung der Betreuungszeit immer nur zum ersten bis zum wirksam werden, dann zum nächsten ersten gemacht werden kann. Aber das können wir uns auch nochmal ganz genau anschauen. Und reiche ich noch. Okay, soweit erstmal zur ersten Frage und zur Antwort. Ich frage jetzt nochmal hinein, ist Frau Dr. Geitsch jetzt dabei? Nein, wir ringen noch mit der Technik. Vielleicht kann Herr Faust mal helfen. Ich würde ihm mal die Nummer geben. Okay, das klären Sie bilateral hier im Stream. Sondern wir nehmen jetzt den zur radigerückten Herrn Blödner als Nächsten mit seiner Frage. Bitte schön, für die FDP. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Meine Frage beschäftigt sich mit dem künftigen Impfgeschehen gegen das Coronavirus. Vergangene Woche, am Dienstag, den 23. Februar, kam das Dresdner Impfzentrum erstmals an seine Kapazitätsgrenze, als etwas über 1000 Impfdosen an einem Tag verimpft wurden. Bisher werden ja so regulär ca. 500 Impfdosen am Tag verabreicht. Da bisher einfach noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Laut einer aktuellen Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums erhält die Bundesrepublik Deutschland im zweiten Quartal 77 Millionen Impfdosen. Damit könnten allein in den Monaten April, Mai, Juni auf Dresden runtergebrochen 260.000 Menschen von Anfang April bis Ende Juni beide Impfdosen erhalten. Einschließlich der Wochenenden müssten dann in diesem Zeitraum somit täglich knapp 5.800 Impfdosen verabreicht werden, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem aktuellen Impfgeschehen entspricht. Mir ist durchaus bewusst, dass zuerst das Land da in Verantwortung ist, aber auch mediale Berichte aus anderen Kommunen, beispielsweise Krefeld, zeigen ja, dass dort Kommunen unterstützend tätig sind und dadurch schneller verimpft werden könnte. Es zählt ja bei den Impfungen jeder Tag und je entsprechend schneller geimpft wird, desto positiver sind die Auswirkungen auf Inzidenz und damit die Lockdown-Maßnahmen. Daher meine Fragen. Wie will die Stadt die anstehende Steigerung der täglichen Impfung um mehr als das Fünffache in den nächsten drei Monaten, April, Mai, Juni und gegebenenfalls darüber hinaus abwickeln? Inwieweit organisiert die Stadt zusätzliche Möglichkeiten, da das Land offensichtlich nicht ausreichend Kapazitäten bereitstellt? Ja, auch hier vielen Dank für die Frage, die unsere Sozialbürgermeisterin Frau Dr. Kaufmann beantworten hat. Ja, vielen Dank, Herr Stadtrat Blödner, für Ihre Frage. Hören Sie mich in der Runde? Ja, sehr gut. Gut, Dankeschön. Also aktuell werden um die 1.000 Impfungen in Dresden vorgenommen. Die Kapazitäten in der Messe reichen für bis zu 4.000 Dosen am Tag. Das Thema des Impfens, Herr Blödner, indes ist zentral seitens des Freistaates für die kommunale Ebene geregelt. Und damit sind auch ausschließlich nach Beauftragung des Freistaates das Deutsche Rote Kreuz und die Kassenärztliche Vereinigung in Sachsen für die Impfungen verantwortlich und tätig. Dennoch unterstützt die Landeshauptstadt Dresden natürlich bei der Standortsuche die sehr schnell auf die räumlich sehr gut gelegene, gut erschlossene und auch nahverkehrlich gut angebundene Messe Dresden viel. Hier sind also alle Voraussetzungen gegeben, dass sehr viel Impfstoff verimpft werden kann. Und wie ich Ihnen gerade auch dargestellt habe, kann auch sehr schnell hochgezohnt werden. Um hier zügig die notwendigen personellen Ressourcen zu bekommen, stehen wir auch im Austausch mit allen Partnerinnen und Partnern, so auch dem Land und haben hier sehr deutlich und wiederholt unsere Erwartungshaltungen kommuniziert. Es steht daher zu erwarten, dass sich die aktuelle Verteilung des Impfstoffes in den nächsten Tagen verbessern wird und wir nicht mehr zentral auf die Messe angewiesen sind, sondern wie gestern auch die STIKO, die ständische Impfkommission des Bundes herausgearbeitet hat, der Impfstoff AstraZeneca für die über 65-Jährigen baldig zur Verfügung steht. Und dieser kann, weil er nicht sehr intensiv gekühlt werden muss, dann auch durch die entsprechenden Hausärzte in der Stadt verimpft werden. Darüber hinaus wird mit dem Impfzentrum Dresden eng abgestimmt, wie der Einsatz der mobilen Impfteams nach Abschluss der Impfserien in Alten- und Pflegeheimen gesteuert wird. Hier sind insbesondere Wohnführungen für Seniorinnen und Senioren, aber natürlich auch die Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der Wohnungsnotfallhilfe als auch die Asylunterkünfte zu benennen. Für diese Einrichtungen erfolgen die Tourplanungen, die Festlegung der Reihenfolge sowie die Kontaktaufnahmen. Auch hier in Abstimmung mit dem DRK und der Stadt. Zudem werden weitere Ideen entwickelt, wie insbesondere die Angehörigen der Prioritätengruppe 1, die Impfung ermöglicht werden kann. Ein weiterer Baustein wird dann hoffentlich natürlich, wie ich es schon ausgeführt habe, das entsprechende Angebot der niedergelassenen Ärzte sein. Insgesamt hat damit die Landeshauptstadt Dresden im Themenfeld Impfen ausschließlich eine koordinierende und beratende Funktion. Die Zuständigkeiten sind hier ganz klar innerhalb Sachsens geregelt. Indes wird Unterstützung geleistet, wo immer es möglich ist. Aber hier sind wir auf den Freistaat angewiesen, der entsprechend dann auch finanzielle Ressourcen und Personal zur Verfügung stellen muss, um das Impfen dann organisiert durch das DRK mithilfe der Kassenärztlichen Vereinigung und den entsprechenden Impfärzten dann auch absichern zu können. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Kaufmann. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Natürlich denken wir darüber hinaus, auch wenn wir nicht zuständig sind, wie können wir, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht und die Prioritätengruppen geöffnet werden, das weiter logistisch unterstützen, gerade was die mobilen Teams angeht, auch Betriebsärzte etc. mit einbinden. Wir sind ja mit den großen Arbeitgebern im Gespräch, dass wir hintereinander weg, auch um eine hohe Impfdurchstrengung zu bekommen, da entsprechende Angebote machen. Aber im Moment sind das alles vorauseilende Gedanken, die wir uns machen, die aber derzeit noch nicht umsetzungsfähig sind. Nicht, weil wir es nicht wollen und nicht können, sondern weil wir es noch nicht mehr dürfen. Ja, also das ist kurios. Ich habe das wirklich. Frau Dr. Geitsch, Sie sind wunderbar hier präsent. Also, Herr Blüttner, sind wir erstmal durch? Ja, vielen Dank. Wunderbar. Dann, Frau Dr. Geitsch, wollen Sie jetzt Ihre Frage stellen? Dann würden wir Sie sofort hier wieder in unseren Kreis integrieren. Jetzt habe ich Sie wieder verkrault. Dann machen wir weiter mit Frau, nee, mit Herrn Genschmer als nächsten Fragenden. Und bitteschön für die Freien Wähler. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 8. Oktober letzten Jahres kam es an, da in der alten Malzfabrik in Niedersedlitz wieder mal zu einem Brand. Als Ergebnis wurde die Reißstraße in Niedersedlitz als wichtige Verbindungsstraße gesperrt. Die Sperrung ist nur heute aktuell. Hier übernimmt Herr Bürgermeister Kühn die Beantwortung. Und ich würde mich mal entschuldigen und Herrn Sittel bitten, dann die weitere Leitung übernehmen. Gut, dann würde ich beantworten. Ja, sehr geehrter Herr Genschmer. Sie haben das zutreffend beschrieben, das Brandereignis am 8. Oktober. Aufgrund des Brandereignis innerhalb des Bereiches, der jetzt abgesperrt ist, stellte das Bauaufsichtsamt eine Gefahr für Leib und Leben fest. Es gab dann auch eine Anordnung vom 16. November an den Eigentümer. Und dem wurde aufgefordert, bis zur ordnungsgemäßen Durchführung notwendiger Sicherungsmaßnahmen die erforderlichen behördliche veranlasste Straßensperrung in eigener Verantwortung fortzuführen. Also eine Aufhebung der Sperrung der Reißstraße kann eben seitens der Bauaufsicht erst erfolgen, wenn die Ausführungen der notwendigen Sicherungsmaßnahmen am Gebäude erledigt sind. Am 5. Januar wurde der Bauaufsichtsbehörde seitens des Adressaten der bevorstehenden aufgeführten Anordnung eine gutachterliche Bewertung zu den notwendigen baulichen Maßnahmen zur Gebäudesicherung vorgelegt. Dann ist erst mal nichts passiert. Die Bauaufsicht hat dann am 11. Januar nochmal den Eigentümer aufgefordert, mal eine terminliche Aussage zur Ausführung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen zu machen. Am 19. Januar wurde dann die Bauaufsichtsbehörde telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass aufgrund der Krankheit des Eigentümers bis dato keine Maßnahmen zur Gebäudegesicherung veranlasst werden konnten. Das hat also der Rechtsanwalt, der vollmächtigte Rechtsanwalt ausgeführt. Mit einer Mail vom 4. Februar wurde die Bauaufsichtsbehörde von dem besagten Rechtsanwalt nochmal informiert, dass aufgrund einer davor dauernden Krankheit des Mandanten die notwendigen Sicherungsmaßnahmen nicht beauftragt werden. Bei einer erneuten Ortsbesichtigung am 26. Februar konnte seitens der Bauaufsichtsbehörde festgestellt werden, dass an dem brandgeschädigten Gebäude ein Arbeitsgerüst aufgestellt wurde. Im Rahmen eines Telefongesprächs nunmehr am 2. März mit dem bevollmächtigen Rechtsanwalt wurde der Sachstand nochmals erörtert. Und der Rechtsanwalt wurde beauftragt, der Bauaufsichtsbehörde den aktuellen Stand hinsichtlich der Ausführung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen bis voraussichtlich zum 8. März dann auch mitzuteilen, also sprich zum Montag. Es gibt also leider keinen neuen Sachstand, als den, den ich Ihnen schon mal mitteilen musste. Sobald sich ein neuer Sachstand ergibt, beispielsweise aus der Frist, die am Montag abläuft, würde ich Sie in Kenntnis setzen. Da würde ich mich schon im Vorhinein sehr herzlich bedanken. Wir hatten ja, oder ich hatte bei Ihnen ja kurzfristig schon letztes Jahr eine Anfrage gemacht. Da nochmal ein herzliches Dank, da war umgehend eine Antwort gekommen. Jetzt ist es wieder zwei Monate weiter und wir sollten dort schon einen gewissen Druck hervorrufen, weil der Verkehr sich jetzt auf die Bismarckstraße, Bahnhofstraße sehr konzentriert zu Verkehrsproblemen führt. und wir den Eigentümer dort schon einen gewissen Druck ausüben oder aussetzen sollten, damit diese Sperrung aufgehoben werden kann. Und wenn Sie uns dann oder mich dann informieren würden, was am Montag rauskommt, wäre das schon sehr hilfreich. Ja, also ich würde genau mich zeitnah bei Ihnen zurückmelden und auch nochmal bei der Bauaufsichtsbehörde nochmal fragen, welche Druckmittel wir gegebenenfalls haben. Aber ich sage mal, die sind wahrscheinlich auch ein Stück weit begrenzt. Aber ich setze sie in Kenntnis. Ich denke, das ist in der Tat sehr ärgerlich. Das Brandereignis ist ja in der Tat schon einige Monate zurück. Und offensichtlich ist durch den Eigentümer eben bis auf das besagte Arbeitsgerust eben noch nichts passiert. Sehr schönen Dank. Vielen Dank für Frage und Beantwortung. Wir starten nochmal einen Versuch. Frau Dr. Geitsch, klappt es bei Ihnen mit der Tonstrecke jetzt? Ich hoffe, dass es klappt. Sehr gut. Dann heiße ich Sie willkommen und darf Sie gerne einladen, Ihre Frage zu stellen. Bitte schön. Es geht um Ordnung und Sauberkeit. Weil von 2020 bis 2022 gibt es einen Vertrag der Stadt mit der Veolia, die die Entsorgung der gelben Tonne bzw. der gelben Säcke damit verpflichtet hat. Die Entleerung erfolgt seitdem häufig nicht regelmäßig, was zur Verschmutzung und natürlich zur Verärgerung der Verschmutzung der Standorte und natürlich damit zur Verärgerung der Einwohnerinnen führt. Dazu meine Frage. Welche Möglichkeiten hat die Stadtverwaltung, diesem Missstand entgegenzuwirken? Ist die Veolia auch für die Reinigung der Müllterstandorte verantwortlich, wenn diese sichtbar aus nicht sachgemäßer, drohlosgemäßiger Leerung der gelben Tonne zurückgeführt werden muss? Gleichzeitig gibt es noch eine Frage bei den gelben Säcken. Säcken, die bei starkem Wind, die werden ja einfach vor den Häusern abgestellt, bei starkem Wind durch die Gegend fliegen, kaputt gehen. Gibt es dort eine Möglichkeit, mit der Veolia eine Vereinbarung zu treffen, das besser gesichert abzuholen? Gut, vielen Dank. Dann Frau Kollegin Jeningen, bitte die Beantwortung. Sehr geehrte Frau Stadträtin Dr. Geitsch, danke für Ihre Frage. Auch ich halte das für einen Missstand, die Situation im Moment. Allerdings, das muss ich erst mal vorausschicken, sind wir nicht die Auftraggeber dieses Vertrags mit Veolia. Das Verpackungsgesetz der Bundesrepublik verpflichtet die dualen Systeme, das ist ein Konsortium aus den Unternehmen der Verpackungsindustrie, der grüne Punkt, selber gebrauchte Verkaufsverpackung aus Papier, Pappe, Kartonagen und Glas sowie Leichtverpackung zu sammeln und einer Wiederverwertung zuzuführen. Und dadurch schließen die für die Entsorgung der gelben Tonne oder der gelben Säcke selbstständig im Wettbewerb ermittelte Verträge mit Entsorgungsfirmen. Früher hatte die Stadtreinigung mal so eine Ausschreibung gewonnen und hat das entsorgt. Aber auch da waren wir nicht selber als Stadtverwaltung Auftragnehmer. Wir haben mit dem DSD eine Zusammenarbeit in Bezug auf die Sammlung von Pappe und Papier über die Wertstoffcontainer und natürlich von Glas, also Flaschen und Gläser. Aber die gelbe Tonne, der gelbe Sack, je nachdem, wie die Versorgung stattfindet im Stadtgebiet, wird dort unmittelbar beauftragt. Wir haben also auch keine Möglichkeit, im Fall einer mangelhaften Leistungserbringung in die Verträge einzugreifen oder irgendwelche Rechte geltend zu machen. Das hat nur unmittelbar die Rekleisystems GmbH, die hier vor Ort das duale System vertritt. Und wir kooperieren eben nur für die anderen Entsorgung über diese Abstimmungsvereinbarung, die Sie ja im Umweltausschuss kennen. Nun ist leider bei uns auch, also auf meiner Beschwerdeliste, dieses Thema Nummer eins. Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner haben sich bei uns beschwert, weil ihre Beschwerden gegenüber DSD nicht zum Erfolg geführt haben. Dazu hat es mehrfach Gespräche zwischen den Kolleginnen und Kollegen des Amtes für Abfallwirtschaft und Stadtgrün und der Firma gegeben, auch Briefwechsel mit mir. Wir beantworten auch jeden Bürgerbrief. Und wir hatten den Eindruck, dass das über das übliche Maß an Anlaufproblemen hinweg geht. Es ist etwas besser geworden, aber die Probleme sind nicht abgestellt. Ich lasse jetzt mal die Phase, als wir wirklich einen harten Wintereinbruch hatten, ein bisschen raus. Aber insgesamt ist das unser Eindruck. Ende Januar hat das Amt nochmal Weol ja aufgefordert, Maßnahmen darzustellen, welche die Menge zukünftig ausschließen und auch eben den Bürgerinnen und Bürgern eine Kontaktmöglichkeit zu bieten. Ich habe mich jetzt für den 10. März mit dem Geschäftsführer vereinbart, habe ihn eingeladen zum Gespräch, wie das abgestellt werden soll. Und ich würde Ihnen dann im Umweltausschuss gern von den Ergebnissen berichten. Zur zweiten Frage. Grundsätzlich gilt für die Auftragnehmer des DSD analog das, was für unsere eigene Entsorgung von Wertstoffen und Restmüll auch gibt. Also Verschmutzungen, die durch die Entsorgung verursacht wurden, müssen durch den Entsorger auch beseitigt werden. Es sei denn, es handelt sich um höhere Gewalt. Auf welche Rechtsgrundlagen das zurückgeht, das würde ich Ihnen in der schriftlichen Antwort einfach nochmal mitschicken, Frau Dr. Geitsch. Diese Ansprüche sind aber dann privatrechtlich gegenüber dem DSD gelten zu machen. Das ist ja kein öffentlich-rechtlicher Vertrag. So gibt es leider der Bundesgesetzgeber vor. Vielen Dank, Frau Jeningen. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Eine Nachfrage gerne, Frau Dr. Geitsch, bitteschön. Ich hatte das vorhin schon angesprochen. Auch unabhängig von Gelber Tonne gibt es immer wieder arge Verschmutzungen im Bereich der Stellplätze, der Containerstellplätze. Wer ist denn dafür tatsächlich konkret verantwortlich? Weil das ist ja auch etwas, was die Bewohnerinnen sehr ehrt. So ist es. Für die Containerstellplätze sind es die jeweils mit der Entsorgung beauftragten Unternehmen. Dort sind wir ja Auftraggeber und dort prüfen wir das auch nach und versuchen, solche Mängel auch abzustellen, wenn die zur öffentlichen Entsorgung gehören. Etwas anderes gilt für die Kleidercontainer. Also das sind ja Sammelcontainer, die wir nicht beauftragen, sondern die nur mit bestimmten Genehmigungslagen aufgestellt werden können. Und da können wir dann auch nur im Zuge der Kontrollen oder im Zuge von Hinweisen und Bürgerinnen und Bürger für Abstellung sorgen. Okay, danke schön. Dann vielen Dank, Frau Geitsch und Frau Kollegin Jägen. Wir kommen in der Reihenfolge als nächstes zu Frau Schanetzky. Die habe ich im Moment in der Übersicht eigentlich noch nicht gesehen. Frau Schanetzky würde ich die Frage stellen, dann. Ich bin mit Frau Schanetzky hier. Herr Schulze ist heute Frau Schanetzky, genau. Gut, herzlich willkommen. Sie haben das Wort. Sie hat letztlich gerade entschuldigen, dann hätte ich das gerne selber gemacht. Die Fragestellung jetzt, die Fragestunde wird dann teilgenommen. Also es ist manchmal beruflich nicht ganz einfach, um das zu koordinieren. Genau, also von der Seite her würde ich jetzt diese Fragestellung nochmal übernehmen. Bitte sehr gerne, der Bürgermeister dann. Wie bekannt ist, dann ist das seit 15. Februar sowohl die Kitas als auch die Schulen, dann Grundschulen, dann auch im eingeschränkten Regelbetrieb wieder geöffnet. Und ja, es geht ja sozusagen auch für die Elternschaft dann, für die Rotationen oder Nachfragen, dann auch bezieht sich dann nochmal unsere Nachfrage auch dann. Und sie bitten dann insgesamt dieses Infektionsschutzkonzept nach dieser Wiedereröffnung der Kitasimporte, im eingeschränkten Regelbetrieb und der Grundschulen, sowie für das absichtbare Wiedereröffnung der weiterführenden Schulen zu erläutern, in dem die das mit dem Gesundheitsamt abgestimmt wurde. Insbesondere die Frage der Infrastruktur und der Umsetzung der Tests für Kinder und Mitarbeiterinnen und auch der Lüftung sind dabei von Interesse. Vielleicht können Sie auch gleich noch mit erläutern, wie jetzt ab 8. März, also sprich ab Montag kommende Woche, dann auch eine Anpassung stattfindet. Wir haben ja seit gestern die neue Verordnung des Freistaates auch nochmal, ja sozusagen eine Ankündigung bekommen. und vielleicht können Sie das auch gleich noch mit einfallen, wenn das möglich ist, dann ist es eine kurze Zeit möglich gewesen, es ist schon da was zu erarbeiten. Genau, aber soweit erstmal die Frage. Vielen Dank, Herr Schulze, für die vertretungsweise vorgetragende Frage. Herr Kollege Dunhäuser übernimmt die Beantwortung. Bitteschön. Ja, vielen Dank für die Frage, lieber Thorsten Schulze. Vielleicht vorn weggesetzt, die Schulen, die weiterführenden Schulen, öffnen am 15. März im eingeschränkten Regelprinzip, noch nicht Montag. Und wir sitzen ebenfalls im Schulverwaltungsamt, beziehungsweise am für Kindertagesstätten, Schrägstrich-Eigenbetrieb, Kita seit heute früh und erwarten, was denn nun wirklich in der Verordnung drinstehen wird, um dann ausgehend davon 15. März entsprechend auch an den Start zu gehen und vielleicht auch noch von weg genommen. Dazu wird sicherlich auch hilfreich sein, der gestern Abend mit Mehrheit beschlossene interfraktionelle Antrag, der ja einige Schwerpunkte nochmal geschärft, beziehungsweise neu aufgegriffen hat. Obgleich ich auch davon ausgehe, wenn es so wie angekündigt eine Testpflicht für die Schüler gibt, dass diese Tests auch dann entsprechend vom Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellt wird und wir natürlich in der Pflicht sind, abzusichern, was die ganze logistische Durchführung der Tests angeht. Zum aktuellen Stand kann ich versichern, was die kommunal betriebenen Kitas und Horte angeht, dass der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen bisher alle erforderlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen auch jetzt im eingeschränkten Regelbetrieb konsequent umsetzt. Da kann man sich sicherlich immer noch darüber unterhalten, ob das ausreichend ist oder nicht. Aber Fakt ist, und das hatten wir ja auch schon mal im Ausschuss kommuniziert, dass gerade der Eigenbetrieb Kita vorbildlich schon seit vergangenem Jahr, ab 1. Dezember eine Schutzkonzeption hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehungsweise dann natürlich in Umsetzung auch für die Kinder. Und um das auch von Wokkonenzen selbstverständlich, ist dieses Konzept auch mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020, also vor einem Jahr, werden die pädagogischen Fachkräfte in Kitas und Horten fortlaufend durch betriebliche Festlegung und Handlungsanweisungen zum Arbeits- und Infektionsschutz unterwiesen und zu den aktuell gültigen Schutzmaßnahmen gemäß der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung sowie der sächsischen Corona-Schutzverordnung belehrt, insbesondere zu den Abstandshygiene- und Lüftungsregeln. Die Tätigkeiten in der Kindertagesbetreuung unterliegen unabhängig der Corona-Pandemie der Biostoffverordnung und der technischen Regeln der Biostoffverordnung. Diese schreiben zwingend besondere Hygiene- und Desinfektionsregeln gemäß dem Rahmen Hygieneplan und so weiter vor und sind durch jeden Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen anzuwenden. Zusätzlich sind alle Hygienepläne angepasst und aktualisiert worden, um die Festlegung zum Tragen von Schutzmasken umsetzen zu können, wurden alle Kindertageseinrichtungen mit medizinischen OP bzw. FFP2-Masken sowie Gesichtsvisieren ausgestattet. Seit 1. Dezember, hatte ich schon gesagt, arbeitet der Eigenbetrieb mit einer eigenen Testkonzeption. Diese ist mit dem, wie gesagt, Gesundheitsamt abgestimmt. Ziel ist es, Infektionsketten innerhalb der Einrichtungen nachvollziehen und zu unterbrechen können. Seit 1. Februar 2021 wird für die Testung ein eigenes Testteam, bestehend aus Krankenschwestern, Arzthelferinnen und RettungssanitäterInnen, eingesetzt. Ab 5. März wissen wir auch alle, dank der Unterstützung des Freistaates Sachsen, werden auch alle Erzieherinnen und Erzieher oder können die Möglichkeit nutzen, einen Schnelltest in der Woche kostenlos durchgeführt zu bekommen. Seit 25. Februar 2021 können die pädagogischen Fachkräfte darüber hinaus das Impfangebot nutzen, was sicherlich auch noch mal ein weiterer wichtiger Schritt ist. Ergänzend sei angemerkt, das gilt auch für die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer. Und der Freistaat ist ja insbesondere dabei, sich dafür einzusetzen, dass auch die Lehrkräfte in weiterführenden Schularten oder in den berufsbildenden Schulen davon partizipieren können. Für die Betreuung der Kinder orientieren sich die kommunalen Kitas und Horte an den Handlungsempfehlungen des Freistaates sowie an den Empfehlungen des Netzwerkes Kinderpädagogisches Studiengänge in Sachsen zur Wiederaufnahme des Betriebs in Kindertageseinrichtungen aus pädagogischer und entwicklungsthygologischer Perspektive. Die Kinder, das würde ich jetzt nie weiter ausführen, werden in festen Gruppen betreut mit gleichbleibendem Personal. Das war der Sachverhalt, den man gerade noch mal im Zusammenhang auch mit den Betreuungsverträgen erläutert hat. Übrigens ist das analog in der Grundschule, wie dort Kinder in festen Klassenverbänden betreut werden. Die strikte Trennung der Gruppen soll auch im Außengelände, in den Garderoben sowie in Wasch- und Essenräumen eingehalten werden. Darüber hinaus praktizieren die Einrichtungen, das gilt jetzt für den EB-Kita, muss ich dazu sagen, ein striktes Lüftungsregime, welches durch den Einsatz von CO2-Messgeräten unterstützt wird. Ich sage deshalb, das gilt für den EB-Kita, weil das ist ja ein Beschlusspunkt von gestern Abend, wo wir als Schulverwaltungsamt ebenfalls prüfen, inwieweit CO2-Ampeln angeschafft werden können, beziehungsweise wenn sie angeschafft werden, welche Kosten wir dort einplanen müssen. Im Schulgebäude und im Schulgelände ist grundsätzlich das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Fache und so weiter verbindlich. Das gilt nicht im Klassenraum, wenn ein 1,50 Meter Abstand gehalten werden kann, beziehungsweise in den Grundschulen. Der Unterricht und der Aufenthalt, so habe ich gerade gesagt, auch im Außengeländen von Grund- und Förderschulen sowie in Horten ist bei einem Aufenthalt unter Beibehaltung der festen Klassen und festen Hortgruppen das Tragen des Mundschutzes nicht erforderlich. Beim Mund-Nasen-Schutz muss es sich nicht, das ist ein Unterschied, um eine FFP2-Maske handeln. Ein einfacher OP-Mundschutz ist ausreichend. Damit bestehen einheitliche Vorgaben für die Schulen, wie gesagt, für verschiedene Schularten. Am Schulgetrüb dürfen nur Kinder, aber das ist eine Regelung, die schon über ein Jahr gültig ist, dürfen nur Kinder, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und sonstiges Personal Teilnehmer ohne Krankheitssymptome. Das ist auch aber wichtig zu wissen. Ein regelmäßiger schriftlicher Nachweis über fehlende Symptome für Erkrankungen per Formular ist nicht erforderlich. Darüber hinaus ist es genauso in den Schulen oder sind Schulen angehalten, beziehungsweise Lehrerinnen und Lehrer, regelmäßig zu lüften. Dort gibt es eine Empfehlung, beziehungsweise ich würde es nicht nur Empfehlung sagen, sondern Vorgabe des Kultusministeriums, dass wir alle 20 Minuten lüften. Und da stellte sich ja übrigens die Frage, auch das ist Bestandteil des Antrages von gestern Abend, gibt es noch Schulen in Dresden, wo das Lüften nicht möglich ist, weil die Schulen so sanierungsbedürftig sind, dass die Fenster verschraubt oder vernagelt sind. Das lassen wir schon seit zwei Wochen eruieren, beziehungsweise lassen Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, wie man trotzdem eine Lüftung in diesen Schulen dann sicherstellen kann. Die Mitglieder der Schulgemeinschaft, würde ich jetzt nicht alle aufzählen, besteht schon seit November die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich auf freiwilliger Basis testen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt der Freistaat und wir werden mal schauen, was ich vorhin gerade gesagt habe, was in der neuen Verordnungslage oder was die neue Verordnungslage angeht, was dann für Schülerinnen und Schüler gilt. Bisher stand bei mir, dass es vor allen Dingen um die weiterführenden Schulen und berufsbildenden Schulen geht, wo wahrscheinlich eine Testpflicht eingeführt wird, um am Unterricht teilnehmen zu können. Das Personalamt der Landeshauptstadt Dresden, also unser eigenes Personalamt, hat den Auftrag vom OB bekommen, für die Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden mit intensiven Bürgerkontakt ein Testkonzept zu entwickeln, woran übrigens derzeit gearbeitet wird. Hier zählen natürlich auch die Schulsekretärinnen und Schulsekretäre, obgleich wir hier die Freigabe vom OB bekommen haben, seit Dienstag bereits eigenständig aus dem Budget des Schulverwaltungsamts diese Möglichkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten sich einmal kostenlos wöchentlich testen zu lassen bekommen haben. Dann steht hier noch in dem Antwortentwurf der Hinweis, dass weiterführende Fragen, und da bin ich, denke ich, nicht der Einzelne, der sagt, also das ist ein Thema, das man jetzt nicht einfach so in fünf Minuten in der Frage beantworten kann, für weiterführende Fragen stehen selbstverständlich Eigenbetriebsschulverwaltungsamt, und auch Jugendamt haben wir noch gar nicht betrachtet, auch dort haben wir verschiedene Erfordernisse, wenn ich an den Kinder- und Jugendnotdienst denke, selbstverständlich zur Verfügung, können bilateral geklärt werden, und wir werden sicherlich auch den Jugendhilfeausschuss am nächsten Donnerstag, am 11. beziehungsweise nächsten Bildungsausschuss am 16. März nutzen, um weiter über die aktuelle Lage zu berichten. Danke. Vielen Dank, Herr Donnhauser, für die Beantwortung. Eine Frage hatte ich gemacht, und eine Bitte. Ich habe mir das zwar mal versucht, so ein paar Stichpunkte zu machen, die Antwort, wenn wir die dann aber trotzdem noch mal schriftlich bekommen, weil ich war es nicht nur klar gewesen, mir alles gleich hier mitzuschreiben. Und die Nachfrage ist, es gab jetzt sozusagen noch mal aus den Kitas von dem Personal auch zum Teil die Nachfrage, ob denn jetzt tatsächlich dann ab Montag dreimal die Woche dann beim Personal getestet werden soll, oder ob das sozusagen bei dem Einmal-Testen dann pro Woche live dann, also ich weiß nicht, ob das schon feststeht, ob das schon beantwortet werden kann. Also feststeht es insofern, dass das gestern Abend beschlossen wurde, das anzustreben, und jetzt ist Eigenbetrieb Kita da, um das umzusetzen. Und da würde ich mal lebenspraktisch sagen, können wir das noch nicht ab Montag gewährleisten, aber es wird sicherlich Zeit da dann auch eine Lösung geben, dass das umgesetzt werden kann. Vielen Dank dafür. Wir setzen in der Fragestunde fort. Als nächstes ist Herr Böhm dran. Bitteschön. Ja, der Herr Kragen wollte eigentlich vor mir seine Frage stellen, wenn es möglich ist, würde ich... Wir können die auch... Würde ich einfach reinspringen. Vielen Dank. Wir können die auch tauschen. Okay, bitteschön, ja. Dann tauschen wir das. Ja, meine Frage, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, zielt auf einen Beschluss ab, den wir im Juli letzten Jahres gemeinsam getroffen haben im Dresdner Stadtrat. Und zwar haben wir dort beschlossen, dass wir infolge von Corona den in Not geratenen Dresdner Veranstaltern der Kultur- und Tourismuswirtschaft und auch der Freizeitwirtschaft, der Gastronomie und auch dem Einzelhandel ein Stück weit unter die Arme greifen, indem wir öffentliche Räume für Veranstaltungen und auch für entsprechende Events etwas unbürokratischer zur Verfügung stellen und eben insbesondere auf die Erhebung von Gebühren, insbesondere auf die Sondernutzungsgebühren verzichten. Und die Regelung, die wir beschlossen haben, soll gelten oder wird oder soll gelten bis Ende diesen Jahres zunächst. Und jetzt bin ich von einer ganzen Reihe von Veranstaltern angesprochen worden, die mir also gesagt haben, es sind seitdem trotz des Beschlusses des Rates eine ganze Reihe von Gebührenbescheiden verschickt worden. Und eine Anfrage eines Stadtratskollegen untermauert es auch noch mal. Da wird also seitens der Stadtverwaltung in der Beantwortung der Fragestellung geantwortet, dass der Beschluss vom 16. Juli zwar einen Auftrag an die Stadtverwaltung in den Punkten 1 und 2 enthält, diese Gebühren nicht zu erheben. Gleichwohl, jetzt zitiere ich, auf den Beschluss, auf Basis dieses Beschlusses konnten wir jedoch keine Gebührenbefreiung erteilen. Denn hierzu hätte es vielmehr eine Änderung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erlebnisse und Gebühren für Sondernutzung der öffentlichen Straßen in Dresden bedurft, wozu es nicht gekommen ist. Da also gibt sich für mich jetzt die Frage, warum hat es bisher dann keine Satzungsvorlage gegeben zur Änderung der Gebührensatzung? Weil das wäre ja dann hinterfolge eine Vorlage der Stadtverwaltung gewesen, wo man dem Beschluss des Rates gefolgt wäre. Selbst wenn dieser Beschluss interpretationsfähig gewesen wäre, hätte man ja eine entsprechende Vorlage erarbeiten können. Wir als Stadtrat hätten uns dann natürlich an dieser Vorlage abarbeiten können. Aber ohne diese Vorlage scheint ja offensichtlich der Wille des Stadtrats nicht umzusetzen sein. Deshalb bitte ich um Beantwortung, warum diese Vorlage zur Änderung der Gebührensatzung doch nicht da ist. Und anschließend gleich meine Nachfrage, wie gehen wir denn jetzt mit diesem etwas schwierigen Fall um, damit wir eigentlich dem Ansinnen des Rates hier zu helfen, doch noch zum Erfolg verhelfen können? Vielen Dank für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Sittel. Sehr gerne, Herr Kaden. Ich habe mir den Vorgang auch mal genauer jetzt angeguckt. Das ist ja ein Stadtratsbeschluss, der getroffen wurde, wo ich noch nicht im Amt war. Wo die Stellungnahme zu dem Antrag Federführung seinerzeit von der Wirtschaftsförderung gekommen ist, wo auch mein Geschäftsbereich schon Hinweise übermittelt hat und die Umsetzung zunächst auch federführend von der Wirtschaftsförderung bearbeitet wurde. Ich könnte Ihnen jetzt lange ausführlich erklären, welche Probleme festgestellt wurden, beispielsweise, dass nicht klar ist, welche Ereignisse der Stadtrat meint, wenn er von Traditions-Events spricht und was die Dresdner Veranstaltungswirtschaft ist und so weiter und könnte Ihnen auch noch weiterhin erläutern, wie die Rechtsprechung ist für die Gebührenbefreiung und wie die Grundsätze für wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung und so weiter und so fort sind. Das will ich nicht tun, sondern Ihnen sagen, dass ich auch nicht finde, dass hier richtig und konstruktiv mit dem Wunsch des Stadtrats umgegangen wurde. Es ist natürlich so, dass wir eine umsetzungsfähige Lösung brauchen. Das heißt, da braucht es natürlich eine stabile rechtliche Grundlage und eine Klärung auch von verschiedenen Begriffen und der Frage, was im Detail gemeint ist. Das ist jetzt alles vergossene Milch, sage ich jetzt mal. Ich würde gerne, dass wir kurzfristig an einem virtuellen Tisch, sage ich jetzt mal, mit meinem Geschäftsbereich, aber auch mit dem Geschäftsbereich 1, weil es geht ja auch um Einnahmen, die haushaltsrelevant sind und der Wirtschaftsförderung mit interessierten Stadträtinnen und Fraktionen uns hinsetzen und schauen, wie wir zügig zu einer gemeinsamen Vorlage kommen, die eine Änderung der Sondernutzungssatzung vorsieht. Ich werde auch noch mal gucken, das ist schon beauftragt, wie haben es andere Städte gemacht? Wie haben die den Rechtsrahmen da jetzt mal genutzt? Ganz einfach, trivial ist das nicht. Das kann ich schon mal sagen, aber wir sollten ja gemeinsam gucken, uns nicht darin abarbeiten, was alles nicht geht, sondern gucken nach wegen, was geht. Und das würde ich jetzt zügig, zügig heißt, dass wir noch im März da zusammenkommen, wäre zumindest mein Vorschlag, um dort zu einem Ergebnis zu kommen, weil wir müssen in der Tat, wenn dann die Sondernutzungssatzung ändern und wir haben ja hier einen gewissen Gremienlauf und wenn das eine Wirksamkeit erzielen soll in die Veranstaltungswirtschaft, dann ist ja hier auch ein gewisser zeitlicher Druck da. Und so würde ich jetzt mit dem Thema gerne umgehen wollen. Ja, vielen Dank für die Antwort, Herr Kühn. Und ja, ich finde auch, wir sollten das im März über die Bühne bringen und uns da auch wirklich was vornehmen, sonst wird mir das auch zu lang und ich würde diese Idee sehr gerne aufgreifen. Vielen Dank. Vielen Dank für Frage und Antwort. Wir setzen in der Fragerunde fort und als nächstes ist Herr Gehlke dran. Bitteschön. Ja, hallo. Es geht um die Thematik Mund-Nasen-Bedeckung. Wenn wir den Anfang der Corona-Pandemie mal sehen, wo es keine Mund-Nasen-Bedeckung gab, da war das überhaupt kein Problem. Das brauchte man dann nicht. Dann kam es auf einmal auf, dass man doch Mund und Nase abdecken sollte. Da war dann ein einfaches Tuch machbar. Dann kam im September letzten Jahres die Strafe. Dazu auf einmal funktionierte es oder besser, die Leute haben es dann mehr und mehr angenommen. Einfach nicht, weil sie der Meinung waren, sie sind eine gute Sache, sondern sie haben es gemacht, weil sie einfach der Strafe entgehen wollten. Das wurde dann nochmal verschärft, indem die Mund-Nasen-Bedeckung streckenweise auch draußen getragen werden muss. Mittlerweile gibt es auch definierte Masken, die getragen werden müssen. Auf jeden Fall ist das die Grundlage meiner Frage und zwar für das Nicht-Tragen der vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung wurden bereits gegen 851 betroffene Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. So teilt uns das die Verwaltung gegenüber den Stadträten mit. Hierzu bitte ich um folgende Auskunft. In welchen Bereichen wurde die Ordnungswidrigkeit wegen Nicht-Tragen der vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung aufgeschlüsselt in Fußgängerzone, den ausgewiesenen Innenstadtbereich und das übrige Stadtgebiet festgestellt? Gegen wie viele der Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde Einspruch eingelegt und aus welchen Gründen? Insbesondere im Hinblick auf die aus meiner Sicht etwas schwammischen Formulierung aus der Sächsischen Corona-Schutzverordnung, dass eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum besteht, wenn sich Menschen begegnen und wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren wird niedergeschlagen. Wie viele sind noch anhängig? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Gilke, für die Frage. Die Beantwortung übernehme ich selbst. Es ist so, dass keine ganz spezifische Statistik nach den Örtlichkeiten geführt wird, was die Begehungsorte angeht. Die mit klarem Abstand aber aus einer Beobachtung ergebene häufigsten Orte sind hier die Prager Straße und der Wiener Platz vor dem Hauptbahnhof. Logisch, dort, wo eine relativ hohe Frequenz an Personen ist an der Stelle. Es ist so, dass wir bisher, sind es aktuell 908 Verstöße gegen das Nichttragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, von der Busgeldstelle bearbeitet werden. Davon waren 135 in Bus und Bahn, 71 in Läden und 105 in öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten sowie 554 unter freiem Himmel. Von diesen 908 eingeleiteten Verfahren betreffen 508 Verwarngelder, 290 Verfahren sind zu Bußgeldtatbeständen umgewandelt worden. Insofern gibt es hier jetzt einige Verfahren, gegen die Einsprüche eingelegt worden sind. Einsprüche liegen 52 vor. Es sind aber auch 117 Verfahren inzwischen eingestellt worden, 293 Verwarnungen wurden inzwischen bezahlt und Bußgeldbescheide rechtskräftiger Art sind 149. Das ist also immer eine gewisse Momentaufnahme. Diese Einstellungen haben zum Beispiel damit zu tun, wenn auf einer Einlassung eines Betroffenen eben gesagt wird, ja, in Ordnung, das rechtfertigt jetzt in der Tat das Verfahren eingestellt wird. Es gibt also eine bunte Mischung, warum und wie Einspruch eingelegt wird. Also zum Beispiel 20 der Einsprüche werden überhaupt nicht begründet. Dann sind es auch die Dinge, die jetzt eher als reine Abherbehauptung sind. Also zum Beispiel, dass man überhaupt keine Kenntnis von einer Pflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung auch hat, dann wird zum Beispiel auf vorliegende Atteste hingewiesen. Oder aber, dass es gerade in dem Moment der Kontrolle ein gesundheitliches Problem gab, dass man Fusseln aus dem Mund entfernt hat und andere Dinge. Das ist eine breite Palette, die allerdings die Einsprüche auch von der Qualität jetzt nicht substanziell von dem unterscheiden, wie wir das bei anderen Buß- und Verwandtgeldverfahren gelegentlich auch haben an der Stelle. Ganz klar ist, je länger die Regelungen gelten und je länger Regelungen stabil gelten, also sie nicht geändert werden, desto höher ist auch grundsätzlich die Kenntnis der Regelung und damit verbunden auch ein Teil der Akzeptanz. Soweit. Gut, vielen Dank. Bitte sehr. Wir setzen in der Fragerunde fort. Als nächstes Herr Dr. Schulte-Wissermann. Funktioniert das? Hört man mich? Sieht man mich? Genau, ein Pirat zu hören und zu sehen. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Gut, vorweg, ich habe heute zwei Fragen, weil ich mich mit Herrn Aschenbach geeinigt habe. Er ist heute nicht da, also meist zwei. So, die erste geht jetzt um den Bau eines Parallelwegs zum Elbradweg im Bereich Johannstadt-Lasewitz. Hier wurde schon im Jahr 2011 ein SPD-Antrag im Stadtrat beschlossen, dass im Jahr 2012 ein Radweg dort gebaut werden soll. Also sozusagen, dass der schon seit neun Jahren fertig sein soll. Jetzt kam vor einem Jahr und einem Monat eine Beschlusskontrolle, dass das alles sehr langsam geht, weil es halt ein FFH-Affora-Fauna-Habitat-Gebiet ist, Elbtal zwischen Schöner und Mühlberg. Und dass deswegen eine vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung gemacht werden muss und vorgelegt werden muss. Im Zuge dessen muss es eine Ausweichsfläche geben, die im Elbarm gefunden zu sein scheint. So, jetzt ist natürlich 2011 schon eine Weile her, aber mir ist vollkommen verständlich, und das soll hier auch wirklich nicht so rüberkommen, als hätte die Verwaltung nichts gemacht, Bauen im Flora-Fauna-Habitat ist natürlich nicht einfach, selbst wenn es um einen Radweg geht. Und deswegen bitte ich jetzt um die Beantwortung folgender Fragen. Ich stelle sie am Blog, also es gibt keine Nachfragen, mit dem Hinweis an alle, dass wir diese Problematik jetzt gemeinsam in Zukunft auch wirklich mal umsetzen. Also, in welchem Zeitraum erfolgte die öffentliche Auslage der Planungsunterlagen? Das steht nämlich in der Beschlusskontrolle, aber es steht nicht wann. Wo können die Planungsunterlagen von Verträten eingesehen werden? Wo können die Planungsunterlagen von Umweltverbänden, Vereinen und Initiativen eingesehen werden? Und wo können die Planungsunterlagen von interessierten Bürgern eingesehen werden? Drittens, ist das Grundstück für die Ausgleichsfläche im städtischen Besitz oder ist das bisher alles Wunschdenken? Und viertens, ist das Planfeststellungsverfahren mittlerweile eröffnet oder, um anders zu formulieren, welche Hürden müssen noch überwunden werden, bevor mit dem Bau dieses dringend benötigten Radwegs begonnen werden kann? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Schulter-Wissermann, für die Frage. Die Beantwortung übernimmt wiederum Herr Kollege Kühn. Bitte schön. Ja, Herr Stadtrat Dr. Schulter-Wissermann, am 11. Juli 2021 können wir den zehnjährigen Jahrestag der Einreichung des Antrags auf Planfeststellung bei der Landesdirektion Dresden-Sachsen feiern. Dann, am 11. Juli 2021 wurde nämlich bereits der Antrag auf Planfeststellung gestellt. Es gab dann auch 2011 noch die öffentliche Auslegung des Plans. Das war am 29. August 2011 bis 29. September 2011. Das begonnene Planfeststellungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Seinerzeit war es natürlich allen Bürgerinnen und Bürgern, wie den Verbänden, den Vereinen, Initiativen natürlich im Rahmen der Beteiligung möglich, dort die ausgelegten Unterlagen Einsicht zu nehmen. Sie als Stadträte können das natürlich jederzeit auch darüber hinaus tun, per Akteneinsicht. Fakt ist, das Planfeststellungsverfahren ist immer noch nicht abgeschlossen. Und für die Fortsetzung des Verfahrens sind allerdings noch die Klärung naturschutzfachlicher Belange und eben eine erneute öffentliche Auslegung, Offenlage erforderlich. Also das wird alles nochmal kommen. Und zu der Frage hinsichtlich des Grundstückes, nach Einschätzung des Umweltamts für Ausgleichsmaßnahmen in Fragen gekommen, Flächen finden sich im Besitz des Freistaats Sachsen, sind also nicht unsere eigenen. Und wir können im Moment leider noch keine Aussage treffen, wann eine Einigung zu einem Flächenübertrag oder gegebenenfalls Verkauf, nicht Verkauf, sondern Tausch, der vielleicht mit dem Freistaat erreicht werden kann. Das ist leider die sicherlich durchaus unbefriedigende Antwort, die ich Ihnen geben kann. Ich war unlängst ergänzend bei der Landesdirektion im Gespräch. Die Personalkapazitäten dort sind leider so eng, dass sich Genehmigungsverfahren nicht nur in dem Bereich leider sehr, sehr lange ziehen. Wir haben noch Straßenbaugenehmigungsverfahren, wo es um Hochwasserschadensbeseitigung geht. Die laufen seit 2015 teilweise. Sie können aber sicher sein, dass, da ich das Thema auch kenne, dass ich meinen Beitrag leisten werde, dass wir zügig mit sowohl weiteren Gesprächen mit der Landesdirektion als auch mit dem Fleisstaat als Eigentümer versuchen, dieses Thema voranzutreiben. Vielen Dank für die Beantwortung soweit. Dann herzlichen Dank für die erste Runde, die wir abgeschlossen haben. Und wir steigen ein in die zweite Runde. Es beginnt hier Herr Kießling. So, ich bin da. Herzlich willkommen. Ja, ich höre schon die ganze Zeit zu. Also, ich frage, der Eigenbetrieb IT erneuert in regelmäßigem Rhythmus ja die Endgeräte in der Stadtverwaltung. Und es stellt sich die Frage, was mit den Geräten passiert, die dann ausgetauscht werden. Es gibt auch eine ältere Antwort auf eine Anfrage von Stadträtin Frau Hanser. Die endet zum Beispiel damit, dass dort geschrieben wird, die Geräte, die nicht der Verwaltung mehr genügen, die werden verschrottet. Mich interessiert es erst mal genauer, wie viele Endgeräte sind im Jahr 2020 außer Funktion genommen worden und wie viele davon sind verschrottet worden und wie viele sind zum Beispiel bedürftigen Familien gegeben worden für Zwecke des Homeschulings zum Beispiel. Denn es ist ja durchaus möglich, dass Geräte, die der Verwaltung nicht mehr genügen, vielleicht durchaus noch einsatzfähig wären. Vielen Dank für die Beantwortung schon mal im Voraus. Vielen Dank für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Dr. Lahmes. Bitteschön. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kießling, verschrottet das als erste Vorbemerkung, haben wir keine Geräte, sondern verwertet, wie sich das gehört. Mit Abfällen, die ja auch noch teilweise sehr wertvoll sind. Und die zweite Vorbemerkung erlaube ich mir auch, wenn Sie nach dem Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen der Landeshauptstadt Dresden fragen, ist das eine wunderbare Gelegenheit, hier darauf hinzuweisen, dass wir gerade mit einer Entwicklung dieses Eigenbetriebs IT-Dienstleistungen in der Landeshauptstadt arbeiten. Diesem Videokonferenzsystem, das eben speziell für unsere Anforderungen als Verwaltung auch gemacht ist, den hohen Datenschutzanforderungen insbesondere genügt, die wir bei der Arbeit haben. Das ist also ein System, mit dem man auch mit gutem Gewissen Daten von Bürgerinnen und Bürgern besprechen kann, verwaltungsintern, ohne dass man jetzt Bedenken haben muss, dass das auf irgendwelchen Kanälen landet, wo es nicht hingehört. Da auch einen herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das in relativ kurzer Zeit aus dem Ärmel geschüttelt haben und erarbeitet haben. Zu Ihrer Frage sehr gerne. Also wir haben im Jahre 2020 321 PC-Geräte, 9 Laptops und 16 iPads aus der Betrieb genommen und durch neue ersetzt. Elf von diesen iPads sind dann in einer Weiterverwendung innerhalb der Stadtverwaltung zugeführt worden. Wir haben verwertet im Jahre 2021 251 PCs. Das sind also so, naja, rund 70, die dann weiterverwendet worden sind in der Stadtverwaltung. Wir haben verwertet 30 Laptops. Da waren eben auch noch ein paar aus dem Vorjahr zur Verwertung anstehend und fünf iPads, die einfach kaputt waren, weil das Glas gebrochen war. Noch eine Begründung, warum wir solche Geräte nicht zur weiteren privaten Nutzung zur Verfügung stellen können. Das ist die Situation des Datenschutzes, dass wir sicherstellen müssen und wollen, dass eventuell gespeicherte Daten in keiner Form rekonstruierbar sind, die auf diesen Geräten verwendet worden sind. Das heißt also, dass insbesondere die Festplatten physisch vernichtet werden müssen. Was machen wir mit den Geräten? Ich sagte verwerten. Und wie das in der Verwaltung so ist, wir haben dazu eine Leistung ausgeschrieben. Da hat es ein Ausschreibungsverfahren gegeben. Das hat gewonnen die in puncto Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe. Die bekommen also diese Geräte und verwerten sie dann entsprechend den Vorschriften des Abfallrechtes. Und die haben auch eine Zertifizierung als entsprechender Erstbehandler für Elektrogeräte. Und dafür zahlen wir dieser Werkstatt eben auch ein angemessenes Entgelt und stellen somit die Wahrung unserer Pflichten sicher. Gut, das habe ich mit Interesse gehört. Die praktische Antwort war ja jetzt, weil die da Festplatten physisch vernichtet werden müssen, kann kein Dritter die Geräte bekommen. Vielleicht könnte mir der Eigenbetrieb IT denn mal schreiben, wo genau diese Regel sich befindet. Das muss man jetzt nicht aus dem Kopf wissen. Und ich weiß auch, bin auch die Fachmann genug, um das selbst so verprüfen zu können. Aber es erscheint mir schon sehr traurig, dass wir Geräte, die eigentlich noch verwendbar wären, jedenfalls für Menschen, die weniger Ansprüche haben als die Verwaltung, nur deswegen nicht weitergeben können, weil irgendwo in versteckten dritten Absätzen von Regeln steht, dass da die Datenspeicher zerstört werden müssen, physisch. Naja, lieber Kollege Kießling, wir haben ja jetzt Fragestunde und keine Diskussionsstunde. Aber gleichwohl möchte ich da gleich entgegentreten. Das ist eigentlich eine Grundregel unseres Umgangs mit Daten Fremder, die uns anvertraut sind. Das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung. Wer uns seine Daten anvertraut, muss sich darauf verlassen können, dass wir ordnungsgemäß damit umgehen und dass damit kein Schindluder getrieben wird. Und dafür stehen wir ein und da können wir eben auch nicht so beliebig drüber verfügen, auch über die Geräte, die wir haben. Und selbstverständlich nutzen wir die Geräte, wenn sie nutzbar sind, für unsere Zwecke, auch für unsere Zwecke weiter. Und ansonsten gehen die in eine ordnungsgemäße Verwertung. Die landen nicht auf irgendeinem Schrottplatz, sondern die gehen in eine ordnungsgemäße Verwertung. Und dass damit eben diese in Punkto-Werkstätten einen Auftrag haben, das ist, glaube ich, auch das, was im Sinne der Nachhaltigkeit und der sinnvollen Verwertung auch erreichbar ist. Gut, vielen Dank. Ich verzichte darauf, endlich auch scharf zu reagieren. Genau, wir machen mit der Fragestunde, wie vorgesehen, weiter. Die nächste Frage kommt von Herrn Kanewski. Bitte schön, Herr Kanewski, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Meine Frage beschäftigt sich mit der Vergütung der Honorarkräfte im Heinrich-Schütz-Konservatorium in Dresden. Im Zuge der Haushaltsverhandlungen wurde seitens des Oberbürgermeisters sowie durch den Stadtrat Anpassung in Bezug auf den Haushaltsplan des Heinrich-Schütz-Konservatoriums in Dresden vorgenommen. Konkret wurden dem HSKD beispielsweise durch den Oberbürgermeisteränderungsantrag 300.000 Euro pro Jahr zusätzlich zur Verfügung gestellt. Des Weiteren hat der Stadtrat seinerseits einen Aufwuchs um weitere 150.000 Euro pro Jahr vorgenommen. Ziel war, die Honorarkräfte analog des Stadtratsbeschlusses V1160 aus 2016 im Jahr 2021 auf 30 Euro pro Durchschnittsstunde anzuheben. Also die Vergütung für die Honorarkräfte. In den Haushaltsberatungen wurde uns mitgeteilt, dass mit diesem Aufwuchs die Honoraranpassungen so möglich seien. Nun erreicht uns jedoch die Information, dass die Honorarsätze lediglich auf 27,50 Euro angehoben wurden. Und von diesem Hintergrund erlaube ich mir die Frage. Erstens fand eine Anpassung des Wirtschaftsplans des Heinrich-Schütz-Konservatoriums nach Beschluss des Haushalts im Dezember 2020 statt. Und in welchen einzelnen Positionen sowie mit welchem Ziel und welchen Maßgaben wurden die insgesamt zusätzlichen 450.000 Euro in diesem umgesetzt bzw. eingesetzt? Und die zweite Frage ist, warum wird die vollständige Umsetzung der Anhebung der Honorarsätze analog des Beschlusses V1160 aus 2016 im Jahr 2021 abermals nicht vollzogen? Vielen Dank für die Frage, die inhaltlich den Geschäftsbereich Kultur betrifft. Wenn ich jetzt auf die Liste schaue, finde ich Frau Kollegin Klebsch nicht. Also Chris Kaufmann, du übernimmst die Beantwortung in Vertretung? Ja, sehr gerne. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Stadtrat Kanjewski, folgende Antwort meinerseits in Vertretung des Geschäftsbereichs 4. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021-22 sah in Folge der Budgetvergaben für alle Geschäftsbereiche eine Absenkung des Zuschusses an das HSKD um 300.000 Euro gegenüber dem Jahr 2020 vor. Mit dem durch den Stadtrat bestätigten Änderungsantrag des Oberbürgermeisters wurde der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für 2021-22 um 300.000 Euro ausgeglichen und damit auf das Niveau des vorherigen Haushaltsjahres zurückgeführt. Der zusätzliche Aufwuchs um 150.000 Euro für die Honorarkräfte sicherte die Umsetzung der zweiten Stufe der schrittweisen Erhöhung der Vergütungssätze für Honorarlehrkräfte auf durchschnittlich 27,50 Euro je Unterrichtseinheit ab Januar 2021. Die Vergütungssätze sind entsprechend der verschiedenen Unterrichtsarten differenziert, zum Beispiel 26 Euro für Einzelunterricht. Eine Stunde dauert 45 Minuten, 26,50 Euro für Landesförderunterricht, 28 Euro für Partnerunterricht und 32,50 Euro für Klassenunterricht, Tanz und Elementar. Wegen fehlender finanzieller Unterstützung indes sind keine weiteren Zusatzhonorare möglich, wie zum Beispiel die Förderung Jugend musiziert oder Honorare für Unterstützung im Probenlager, für Prüfungen oder Musizierstunden. Ihre zweite Frage, warum die vollständige Unterstützung der Anhebung der Honorarsätze analog des Beschlusses aus dem Jahr 2016 im Jahr 2021 nicht vollzogen wurde, beantworte ich wie folgt. Mit dem von Ihnen zitierten Beschluss zur Überführung des Heinrich-Schutz-Konservatoriums in eine städtische Musikschule im Jahr 2016 wurde zunächst eine Zielstellung für die Vergütung der Honorarlehrkräfte formuliert, der die Landeshauptstadt aufgrund begrenzter finanzieller Ressourcen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in den Folgejahren nicht vollumfänglich gefolgt ist. Die für das Jahr 2021-22 erfolgte zusätzliche Mittelbereitstellung von 150.000 Euro hat eine Erhöhung der Vergütungssätze auf durchschnittlich 27,50 Euro ermöglicht. Der durchschnittliche Honorarsatz betrug bis dahin 26 Euro je Unterrichtseinheit. Eine Anpassung auf durchschnittlich 30 Euro je 45 Minuten bedarf weiterer zusätzlicher Finanzmittel, wenn das Unterrichtsangebot im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden soll. Die sich daraus ergebenden einzelnen Honorarsätze wurden unter Ihrer Frage erstens von mir bereits beantwortet. Vielen Dank. Soweit dazu? Da würde ich gerne nachfragen. Vielen Dank für die Antwort, Frau Dr. Kaufmann. Ich erlaube mir mal trotzdem zwei Sätze an der Stelle. Sie machen das ja gerade eben nur stellvertretend. Erstens bin ich der Auffassung, dass meine Frage gerade im Punkt 1 nicht beantwortet wurde. Das heißt also, wo im Haushaltsplan komplett und konkret die 450.000 Euro verändert wurden, das HSKD. Das bitte ich nachzureichen. Das ist eine ganz, ganz konkrete Frage gewesen. Das, was Sie gerade dargestellt haben, sind Informationen, die uns ja auch vorliegen. Das kann ich aus vielen Beschlüssen und mündlich im Kulturausschuss auch nachfragen. Das ist ja aber nicht der konkrete Hintergrund der Frage gewesen. Dort bitte ich in der schriftlichen Ausführung nochmal darum, dass das konkret dargelegt wird. Der zweite Punkt als kleine Anmerkung und Sie werden mir die dritte Frage dann nicht beantworten können, höchstwahrscheinlich, ist, wenn wir mit den 300.000 Euro des Oberbürgermeisters aus dem Änderungsantrag bereits das Defizit ausgeglichen haben mit der konkreten Antwort darauf, so war es ja vom Oberbürgermeister auch formuliert, dass es weder Stundenreduzierung noch Einschränkungen in den Sätzen der Honorarkräfte geben soll. Dann bin ich sehr verwundert darüber, dass uns die Zahl 150.000 Euro pro Jahr mehrfach genannt wurde, sodass man dann auf die Umsetzung des Beschlusses, wie er gerade genannt wurde, kommen kann. Die Formulierung im Beschluss ist sehr, sehr klar. 2021 sind die Honorare auf 30 Euro zu erhöhen. Ich hätte eine Nachfrage im Petto, gehe aber davon aus, dass Sie mir sie wahrscheinlich nicht beantworten können. Das wäre die Frage, wie viel ist denn momentan rechnerisch mit den 150.000 Euro an Honorarsteigerung im Maximum zu erreichen in der Differenz zwischen den 27,50 Euro und den angestrebten 30 Euro? Lieber Herr Kanjewski, Ihre Vermutung ist richtig. Ich bin hier im Detail leider nicht aussagekräftig und würde dann entsprechend schriftlich Ihnen diese Beantwortung nachreichen lassen. Vielen Dank für die stellvertretende Antwort in dieser schwierigen Materie. Danke. Okay, vielen Dank. Wir machen es dann wie vereinbart und kommen nun zur nächsten Frage. Herr Malorni, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Frage zielt auf den Antrag der FDP A124 ab aus dem letzten Jahr, Wegfall der Sonnensgebührung bis Ende 2021, sowie Ausweisung neuer Flächenverkaufmärkte und Veranstaltungen. Dieser Antrag war heute schon mal Thema. Das zeigt, dass er nicht nur mediales, sondern auch fraktionsübergreifendes Interesse hat. Ich hatte dazu schon mal vor einiger Zeit eine schriftliche Frage eingereicht, eine sehr verklausulierte, eher ausreichende Antwort der Verwaltung bekommen. Herr Kühn hat heute das gemacht, was ich eigentlich von der Verwaltung erwarte, nämlich er hat gesagt, es gibt einen Antrag, es gibt einen politischen Willen. Jetzt ist es Aufgabe der Verwaltung zu schauen, wie können wir diesen Willen umsetzen. Das ist ein sehr konstruktiver Ansatz, den ich von der Verwaltung im letzten Monat nicht gewöhnt bin. Daher vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich darauf, wenn wir da in die Umsetzung gehen. Ich habe zu dem Thema allerdings trotzdem noch mal zwei Nachfragen. Und zwar die erste Frage ist, hat es zu diesem Antrag schon konkret Abstimmung zwischen Ihrem Geschäftsbereich, Herr Kühn, weil ich nehme ganz stark an, dass Sie die Frage beantworten werden, gegeben und der Wirtschaftsförderung und dem Kulturamt. Und die zweite Frage ist, wird im Zuge der Bearbeitung auch der Beschluss des Stadtbezirksbeirates zu einem Antrag von Grünen und FDP, der, wo es um die Belebung des Vorplatzes Bahnhof Mitte geht, mit berücksichtigt, weil dieser Beschluss vom Stadtbezirksbeirat Dresden-Altstadt ja auch explizit auf diesen Antrag Bezug nimmt, beziehungsweise ist Ihnen dieser Beschluss schon bekannt? Vielen Dank, Herr Maloney. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Maloney, es gilt natürlich alles dessen, was ich schon zur Anfrage vom Stadtrat Kaden gesagt habe. Der Antrag aus dem Stadtbezirksbeirat, den kenne ich persönlich nicht. Aber ich sage mal, wenn wir uns zu dem Thema verständigen und ich dazu einlade, dann nehmen wir den natürlich in den Kreis dessen, was wir zu diskutieren haben, mit auf. Das ist, denke ich, klar, das Recht, wenn man sich darauf bezieht. Mir liegt einiger Schriftwechsel vor zwischen, sagen wir mal, meinem Geschäftsbereich oder dem Straßentiefbauamt und dem Amt für Wirtschaftsförderung. Aber das ist eben, wie gesagt, ein Austausch gewesen über die Frage, wie der Antrag zu verstehen sei und was, sage ich jetzt mal, die rechtlichen Hürden sind. Aber es ist eben nicht so weit gekommen, wie Sie es ja auch zu Recht eingefordert haben, dass wir mal zu der Erklärung kommen, wie wir es denn konkret machen können und nie zu einer Erörterung, was alles nicht geht. Und das wollen wir jetzt, wie gesagt, nach. Ich bin erst im Wesentlichen durch die beiden Fragen heute von Ihnen und von Herrn Kaden näher in dieses Thema eigentlich erst reingekommen. Und insofern würde ich das machen, was ich angekündigt habe, dass wir dazu zügig versuchen, dass wir zu einem Ergebnis kommen, bei den Freischankflächen ist es ja schon gelungen, bis Ende 2021 sozusagen die Gebührenfreistellung hinzubekommen. Und ich denke, für die anderen Themen werden wir doch auch Lösungen finden. Gut, dann noch eine kleine Anmerkung dazu. Vielen Dank für diesen konstruktiven Lösungsansatz. Ich hoffe, das wird bei anderen Initiativen dann genauso laufen. Und ich würde Ihnen dann trotzdem schon mal den Antrag beziehungsweise den Beschluss vom Stadtbezugsbeirat Altstadt schon mal auf kurzen Dienstweg zukommen lassen. Dann können Sie sich mal einen Blick davon machen. Und ja, vielen Dank für die Beantwortung. Können Sie gerne machen. Sehr Dank. Vielen Dank. So machen wir das. Und wir kommen zur nächsten Frage. Frau Dagen, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, guten Tag. Bin ich zu hören? Wir sind zu hören. Prima. Ja, gut. Meine Frage hat einen kulturpolitischen Ansatz und ist durchaus auch von Tagesaktualität geprägt. Und zwar resultierend aus der Berichterstattung bezüglich des Streifes zwischen dem Dokumenten Christian Tienemann, der Staatskapotheke Dresden, und Herrn Theiler, der Intendant von der Semperoper. Meine Frage bezieht sich also auf eventuelle Probemöglichkeiten im großen Konzertsaal im Kulturpalaz der Dritte. Und wir jetzt mal vor. Die Landeshauptstadt Dresden hat in dieser Niederung des Kulturpalazes über 100 Millionen Euro investiert. Dabei entstand ein neuer, hochwertiger Konzertsaal, der es erlaubt, auch internationalen Spitzenorchestern dort kastieren zu lassen. Dresden selbst verfügt, wie wir wissen, über zwei solcher Orchester, nämlich die Staatskapelle Dresden und die Philharmonie Dresden. Nach Medienberichten aktuell, und zwar der letzten Wochen und Tage, konnte man erfahren, dass es derzeit in der Semperoper nicht möglich ist, zu proben. Und es gab sogar Musiker der Staatskapelle Dresden, die klagten ihr Recht auf Arbeit vor Gericht ein und sind sogar bereit, dies in mehreren Instanzen durchzufechten. Meine Frage bezieht sich ganz klar. Ist es generell möglich, den großen Konzertsaal des Kulturpalastes Dresden, der bereits im Herbst letzten Jahres zum einen schon mal die Staatskapelle zu Besuch hatte für ein Konzert und auch entsprechend bauliche Maßnahmen bezüglich des Hygienekonzepts erfahren hat. Also ist es möglich, diesen Konzertsaal auch für Dritte nutzbar zu machen? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt auch hier vertretungsweise Frau Kollegin Dr. Kaufmann. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Dagen, für Ihre Anfrage. Vertretend GW4 antworte ich wie folgt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit für externe Dritte und somit auch für andere Orchester im Rahmen des mit den zuständigen Behörden erarbeiteten und für den Konzertsaal genehmigten Hygienekonzeptes und auf Grundlage der durch den Stadtrat beschlossenen Mietkonditionen den Konzertsaal für Proben, Aufnahmen und die Produktion von digitalen Formaten, sogenannte Online-Angebote laut derzeitiger sächsischer Corona-Schutzordnung auch nutzen zu können. Sämtliche Mietanfragen externer Dritte werden umgehend durch das künstlerische Betriebsbüro der Dresdner Philharmonie bearbeitet. Die derzeit geltende sächsische Corona-Schutzverordnung und das Hygienekonzept der Dresdner Philharmonie für den Konzertsaal des Kulturpalastes setzen aufgrund der Abstandsregelungen natürlich Grenzen hinsichtlich der Kapazität beziehungsweise der Anzahl an Musikerinnen und Musiker, die zeitgleich im Konzertsaal tätig beziehungsweise proben können. Insofern muss für jedes Orchester das geplante Programm hinsichtlich der Orchesterbesetzung entsprechend angepasst werden. Aber auch das ist möglich. Die konkret von der Sächsischen Staatskapelle oder der Leitung der Sächsischen Staatsoper an die Dresdner Philharmonie gestellten Anfragen zur Anmietung und Nutzung des Konzertsaales des Kulturpalastes wurden bereits bearbeitet. Eine mietfreie Bereitstellung des Konzertsaales im Kulturpalast ist indes für die Staatskapelle nicht möglich. Darf ich eine Rückfrage stellen? Eine Nachfrage bitte sehr, Frau Lagen. Ja, sehr gerne. Und zwar war denn bei der Anfrage, die von Seiten der SEMPRO erfolgt ist, oder die muss ja dann von Seiten der Intendanz erfolgt sein, war denn da inhaltlich dafür benötigt, dass man eine Infallbereitstellung anspricht? Das kann ich Ihnen im Detail nicht sagen. Das haben wir entnommen der Anfrage in dem Duktus, wie sie gestellt worden ist. Also wir können prinzipiell, das sagte ich Ihnen bereits, keine mietfreien Angebote unterbreiten. Erstens. Zweitens, wir können aber jederzeit natürlich unseren Konzertsaal für Proben zur Verfügung stellen, entsprechend des Hygienekonzeptes. und entsprechend auch der Gebührenordnung, die Sie als Stadtrat genehmigt haben. Gut. Vielen Dank. Darf ich um eine schriftliche? Sehr gerne. Wie immer kommt es auch schriftlich, so machen wir das. Vielen Dank. Wir setzen in der Fragerunde fort und Herr Schulze, jetzt als Herr Schulze selbst ist dran. Bitte schön. Genau. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, die zweite Frage bezieht sich nochmal auf die Kinderbetreuung letzten Endes dann. Also wir haben ja auch nochmal Nachfragen von vielen Eltern auch in die Fraktion oder zu uns direkt gekommen. Es geht um die aktuellen Gegebenheiten dann, also dass in den Einrichtungen des Eigenbetriebs Kita aber auch bei den freien Trägern keine Betreuung der Kinder von 9, 10 oder eben auch 11 Stunden dann, wie zum Teil auch in den Betreuungsverträgen im Einbart ist, angeboten werden können. Das bedeutet, für die betroffenen Eltern stellt sich das oft eine sehr große herausforderung oder eine größere Herausforderung auch dar. Teilzeitlich ist den Eltern allerdings auch im Schreiben mitgeteilt worden, dass keine Reduzierung der Elternbeiträge möglich oder auch vorgesehen ist. Vor dem Hintergrund, dass bereits in den vergangenen Wochen und Monaten durch die Eltern eine Betreuung zu Hause organisiert werden muss, ist die Frage, ob eine finanzielle Entlastung vielleicht auch angedacht oder möglich ist dann. Und die komplette Frage, die es nochmal gestellt ist, waren die Stadtverwaltung unter den aktuellen Gegebenheiten eine teilweise Reduzierung der Elternbeiträge bei Betreuungsverträgen von neun und mehr Stunden und wenn ja, in welcher Höhe und ab welchem Zeitpunkt. Und ich würde auch gleich noch die Nachfrage mitstellen, also da kann man das vielleicht dann gleich auf dem Block beantworten. Wir hatten ja im letzten Jahr die Situation dann, dass der Freistaat sich da auch teilweise finanziell beteiligt hat. Gibt es Gespräche mit der Landesebene mit dem Ziel, analog zu den Schließzeiten oder auch an den minderten Betreuungszeiten im letzten Jahr, einen Landeszuschuss für nicht erhoben oder reduzierte Elternbeiträge dann zu erhalten? Und wenn ja, wenn diese Gespräche laufen, dann gibt es da schon ein Ergebnis dann oder zeichnet sich da vielleicht auch schon eine Tendenz ab? So war das nur die Frage. Vielen Dank für die Fragen und die Beantwortung übernimmt hier wieder Herr Kollege Donhauser. Jan, bitteschön. Ja, dankeschön, lieber Thorsten Schulze. Ich verweise auf die Antwort von, oder auf die Frage und meine Antwort vorhin bei Dana Frohwieser, dass wir es derzeit nicht vorgesehen haben. Und das gilt für den Zeitraum, das möchte ich nochmal betonen, zwischen dem 15. Februar und 31. März. Falls es eine Diskussionslage gibt, beziehungsweise eine Mehrheit für den Antrag, den ja die SPD-Fraktion eingereicht hat, den wir in den nächsten Wochen beraten werden, wie vorhin schon ausgeführt wurde, dann werden wir rückwirkend selbstverständlich nicht in Anspruch nehmende Betreuungszeiten zurückerstatten. Zurzeit ist es aus den genannten Gründen, die ich vorhin gesagt habe, nicht vorgesehen. Aber es bringt mich trotzdem nochmal zu einer Sache, die, denke ich, auch wichtig ist in dem Zusammenhang. Derzeit laufen keine Gespräche auf Landesebene. Die Gespräche wurde im Übrigen auch der SSG, also der Sächsische Städte- und Gemeindetag, bündeln. Gleichwohl kann man das immer nochmal als Anregung mitnehmen. Aber was wichtig in dem Zusammenhang ist, wir haben am Montag im Ältestenrat eine Vorlage auf den Weg gebracht zur Beratung in Gremien, was die Rückerstattung der zu viel bezahlten Beiträge zwischen den 14. Dezember und 14. Februar 2021 angeht. Und da gehen wir davon aus, dass diese Vorlage beschlussreif am 18. April im Stadtrat sein wird. Und dann unterrechnen wir alle damit, was die Mehrheit für diese Vorlage angeht, könnten wir dann unmittelbar in den Vollzug gehen. Und da handelt es sich eingeschlossen, freie Träger übrigens um 9,4 Millionen Euro. Und wie gesagt, die Bewertung beziehungsweise der Umgang und die Beschlussfassung mit dem Antrag zu dem Erfordernis, was die SPD-Fraktion unter anderem formuliert hat, würden wir dann uns in den Gremien beraten. Beziehungsweise wird das ja auch im Stadtrat zum Beschluss vorgelegt. Vielen Dank. Die Nachfragen waren ja bereits gestellt, Herr Schulze. Ja, das bedeutet aber jetzt, dass wir sozusagen der nächsten Bildungsausschusssitzung, also sowohl eine Vorlage der Verwaltung als auch den Antrag der SPD, dann zur Diskussion auch schon mit auf der Tagesordnung haben. Als erstes werden wir einen Jugendhilfeausschuss nutzen am 11. So ist das als erste Lesung, genau. Okay, also das ist dann nächste Woche, Sonnertag schon. Okay, gut, da bin ich ja mit dabei beim Jugendhilfeausschuss, dann haben wir das schon mal. Gut, wunderbar. Dann vielen Dank für die Beantwortung. Und schriftlich wird es auch ja sozusagen auch nochmal zu hören. Genau, so machen wir das. Perfekt. So, vielen Dank auch. Nach der getauschten Frage ist dann jetzt Herr Böhm dran. Bitte schön. Ja, schönen Nachmittag. Sehr geehrter Herr der Bürgermeister. Eigentlich richten sich ja meine Fragen an den Oberbürgermeister bei dem Thema, aber egal. Geht es schließlich eh um den Baubürgermeister und um den Finanzbürgermeister. Es liegt ja eine Vorlage uns vor zum Verkauf des Sachsenbades, wo die Entscheidung noch aussteht. Jetzt hat einerseits der neue Baubürgermeister mehrere Varianten Prüfungen bei der Stehsatz zur Sanierung des Baubürgermeisters in Auftrag gegeben und ganz neu hat der Finanzbürgermeister Dr. Lahmes einen Vorschlag eingebracht, ins Sachsenbad in ein modernes Bad umzubauen. Daraus ergeben sich natürlich ein paar Fragen. Sehen Sie mir nach, dass es vielleicht ein paar mehr sind, als es sonst bei einer mündlichen Fragestunde eigentlich ist. Aber das Thema ist allgemein interessant und wir hatten das Thema ja nun gestern Abend nicht. Also, meine Fragen. Handelt es sich bei dem Vorschlag des Finanzbürgermeisters Dr. Lahmes zum Umbau in ein modernes Schwimmbad? Bereits zu den abgestimmten Vorschlägen der Verwaltung? Die erste Frage ist die Verwaltung, ist von der Verwaltung die Rücknahme der Verkaufsvorlage und eine neue Vorlage zum Umbau des Sachsenbades geplant? Im Jahr wann? Wurde bereits der Investor informiert. Wie ordnet sich der Umbau des Sachsenbades in ein modernes Schwimmbad in die Bäderkommission der Landeshauptstadt ein und in welchem zeitlichen Rahmen soll der Umbau erfolgen? Und das Wichtigste zum Schluss, mit welchen Kosten wird gerechnet? Also speziell der Finanzbürgermeistern, wie soll vor allem hinsichtlich der aktuellen Finanzlage der Verdresten konkret die Finanzierung erfolgen? Danke. Ja, vielen Dank für die Fragen. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Dr. Lahmes. Bitte schön. Wo ist er denn? Ja, da. Vielen Dank für die Frage, Herr Böhm. Ich will die Geschichte nochmal erzählen. Also am 9. September haben wir in der Tat eine Vorlage hervorgelegt, Verkauf des Grundstücks in der Wurznerstraße 18. Das beruht ja bekanntlich auch auf einem vom Stadtrat auf den Weg gebrachten Ausschreibungsverfahren über diesen Verkauf. Diese Vorlage wird öffentlich und auch in den Gremien intensiv diskutiert. Und im Zuge dessen, da haben Sie völlig recht, hat die Stadtverwaltung, die Stesat beauftragt, nochmal vertiefend Nutzungsmöglichkeiten zu prüfen, die einen Verbleib des Grundstücks im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden rechtfertigen. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch die Variante eines modernen Schwimmbades im Inneren des Sachsenbades ins Spiel gebracht, mit dem Ziel letztlich, Denkmalschutzanforderungen noch im Kern zu wahren, aber auch die insbesondere Betriebskosten eines solchen Bades ja zumindest in die Nähe eines normalen Bades zu rücken. Und dementsprechend den Weg möglicherweise gangbar zu machen. Das ist jetzt unter den Aspekten des Denkmalschutzes als auch unter baulichen und betrieblichen Fragen zu prüfen, wie alle anderen Varianten auch, die auf dem Tisch liegen. Da wir in der Prüfung begriffen sind, haben wir, das ist jetzt zwar im Kern mal die Zuständigkeit von Kollegen Kühn, aber er ist ja, glaube ich, auch noch dabei und ich glaube, wir sprechen da mit einer Stimme, können wir jetzt nicht sagen, was mit der Vorlage geschieht. Sie liegt Ihnen vor und wir werden uns dann nach Abschluss der Prüfung dazu äußern. Und der Oberbürgermeister wird sich dazu äußern. Nachfrage, bitte schön. Ja, die anderen Fragen hatten Sie auch schon gestellt. Ich kann dann gerne weitermachen. Also, wir haben ja in der Sportstrategie der Landeshauptstadt Dresden unter anderem auch ein Bäderkonzept beschlossen. Das sieht für den Dresdner Nordwesten einen Standort für ein weiteres Hallenbad oder auch die Nutzbarmachung des Sachsenbades durchaus vor als Option. Und wir haben als Grundlage, ich erinnere daran, zwar in der Wasserflächenbilanz eine Bedarfsdeckung im Wesentlichen festgestellt, aber auch eine für eine Stadt der flächenmäßigen Größe und Einwohnerzahl von Dresden vergleichsweise geringe Anzahl von Hallenbädern, sodass, und das wird auch politisch häufig so gesehen, eine ausreichende Ausstattung mit Hallenbädern noch nicht vorhanden ist. Deswegen fügt sich ein, würde sich ein solcher Plan in Pieschen eine Schwimmhalle zu bauen, sehr wohl in die Entwicklungsplanung der Bäder einfügen. Das ist mit dem zeitlichen Horizont ab 2025 versehen und es muss dann gegebenenfalls natürlich neu bewertet werden unter den Aspekten Bevölkerungsentwicklung und so weiter, ob man auf diesem Weg weitergeht. Aber grundsätzlich ist er in unseren Planungen angelegt. Die Investitionskosten, die voraussichtlichen, sind natürlich auch Gegenstand der aktuellen Prüfung, wie für alle Varianten, weil natürlich die Finanzierung sowohl der Investitionen als auch des Betriebes einer solchen Einrichtung im Kern unserer Prüfung stehen muss. Ich weise darauf hin, dass die Finanzierung dann gegebenenfalls der Dresdner Bäder GmbH obliegen würde. Allerdings ist natürlich auch bei der Finanzierung durch die Bäder GmbH zu berücksichtigen, die Finanzlage insgesamt und die Leistungsfähigkeit des Querverbundes der städtischen Unternehmen. Eine ganz kurze Nachfrage. Erstmal vielen Dank, Herr Finanzführermeister. Eine kurze Nachfrage bitte. Können wir denn mit einer Vorlage oder einem Änderungsantrag zur bisherigen Vorlage noch im Zuge der Bindefrist des Bieters rechnen? Ist das so angedacht? Ja, also wir wissen um den Zeitdruck. Auch da hört Kollege Kühn zu, aber ich denke, wir sagen das völlig übereinstimmend. Wir wissen um den Zeitdruck der Entscheidung und die vorliegenden Fristen. Das ist alles sehr dicht auch besprochen und wir arbeiten mit einem entsprechenden Zeitplan, damit wir uns rechtzeitig äußern können. Vielen Dank für die Nachfrage. Gut, vielen Dank. Wir setzen fort und die nächste Frage kommt von Herrn Laczynski. Bitte schön. Ja, können Sie mich hören? Ja. Oder? Ja, alles gut. Sehr schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, am Abend des 13. Februars versammelten sich Dresdner Bürger am Altmarkt, um Grenze und Kerzen niederzulegen und während des Glockengeläutes in Stille und Andacht den Opfern der Bordnächte zu gedenken. Etwa zur gleichen Zeit versammelten sich im Südwesten des Altmarktes Gruppierungen mit dem scheinbaren Ziel mit Geschrei, Trommeln und Pfeifen gegen die trauenden Dresdner Bürger und gegen das Glockengeläut der Kreuzkirche lautstark zu abonnieren. Mir ist bekannt, dass einige Versammlungen rund um den Altmarkt, welche während des Glockengeläutes stattfanden, dahingehend beauflagt wurden, dass die Zuhilfenahme von akustischen Hilfsmitteln, also Pfeifen und Trommeln, während des Glockengeläutes durch die Versammlungsbehörde untersagt wurde. In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende Fragen. Um welche Gruppierungen nahm sich welchen Versammlungsleiter handelt es sich bei dem sogenannten Gegenprotest, also der angemeldeten Versammlung im Südwesten des Dresdner Altmarktes und wurde bei der Versammlung ebenfalls die Zuhilfenahme von akustischen Hilfsmitteln untersagt. Weiterhin hätte ich gern gewusst, wenn eine entsprechende Auflage erteilt wurde, wann wurden die Teilnehmer dieser Versammlung über die Auflage in Kenntnis gesetzt und welche Maßnahmen wurden seitens des Versammlungsleiters oder Versammlungsleiterinnen ergriffen, um die auflagenwidrige Verwendung von akustischen Hilfsmitteln während des Glockengeläutes wirkungsvoll zu unterbinden und weiterhin, welche Auswirkungen hat das wiederholende Ignorieren von Auflagen auf die Einschätzung der Versammlungsbehörde hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit des Versammlungsleiters und welche Konsequenzen werden seitens der Stadtverwaltung hier im vorliegenden Fall gezogen? Vielen Dank für die Frage, Herr Lasinski, die ich auch gern beantworte. Zum Gegenstand des 13. Februars und des Versammlungsgeschehen gibt es hier konkret einen Versammlungsbescheid, der an die Jusos Dresden gerichtet war und der hinsichtlich eines Lautsprechereinsatzes eine Regelung enthielt, dass die Abstrahlrichtung in Richtung der Schlossstraße zu erfolgen hat. Es war ferner eine versammlungsrechtliche Regelung getroffen, dass für die Zeit bis 21 Uhr der Einsatz von Lautsprecheranlagen, Megafonen und sonstigen technischen Verstärkern im Einzelfall berücksichtigen muss, dass es polizeiliche Weisungen direkt vor Ort gibt. Und für die Zeit von 21 bis 22 Uhr war im Bescheid der Einsatz jeglicher Lautsprecheranlagen, Megafone und sonstigen technischen Verstärkern mit Ausnahme der Sicherheits- und Ordnungsdurchsagen untersagt. Sonstige akustische Hilfsmittel waren nicht pauschal untersagt. Es gab während der Veranstaltung eine mündliche Verfügung, dass der Einsatz von Musiktrommeln störender Art untersagt wurde. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass pauschale Verbote sonstiger akustischer Hilfsmittel wie eben Trommeln oder anderer Musikinstrumente nicht gerechtfertigt ist und in dieser Pauschalität auch nicht rechtlich zulässig ist. Ganz grundsätzlich, was die Auflagen von Versammlungsbescheiden beziehungsweise ergänzende Verfügung vor Ort angeht, obliegt dies der Versammlungsleitung. Der Lautsprecherwagen ist auch zur Zeit des Glockengeläuts nicht eingesetzt worden, sondern dieser Lautsprecherwagen hat bereits um 21.37 Uhr, also noch vor Beginn des Glockengeläuts, die Versammlungsfläche verlassen. Die Frage im Hinblick auf Ignorieren von Auflagen und nicht ordnungsgemäßen Verhandelns ist jetzt ihrerseits hier mit einer subjektiven Wahrnehmung begleitet worden, die ich nicht pauschal teilen kann, sondern hier ganz gern auf die allgemeine Verfahrensweise auch Hinweise. Ganz grundsätzlich wertet die Versammlungsbehörde in der Regel auch gemeinsam mit der Polizei und den jeweiligen Veranstaltern, also Anmeldern Versammlungen aus. Bei Anmeldern, die regelmäßig Versammlungen anmelden, dient das auch dazu, zu berücksichtigen, was man bei der Durchführung oder auch der Vorbereitung einer Versammlung bis zum nächsten Mal noch besser machen kann. Wichtig ist hier aber, dass eine Auswertung sich immer auf konkrete Fakten und auf Tatsachen stützt und diese Auswertung zuallererst mit den Anmeldern selber stattfindet. Ansonsten kennen Sie aus der Verwaltungspraxis auch durch Ihre Teilnahme auch anderen Veranstaltungen, dass es sehr häufig ein Bild gibt, dass von außen wahrgenommen eine Versammlung per se als störend wahrgenommen wird. Es aber häufig auch ist, dass es einzelne Teilnehmer einer Versammlung sind und sich auch immer die Frage stellen muss, die konkret, dass jetzt der Versammlungsleitung oder dem Anmelder zuzurechnen ist. Ganz grundsätzlich, um nochmal einer pauschalen Vermutung einer Unzuverlässigkeit entgegenzutreten, ganz grundsätzlich ist aus zurückliegenden Veranstaltungen der konkrete Versammlungsanmelder hier in Form der Jusus als ein kooperativer und zuverlässiger Veranstalter und Anmelder bekannt. Vielen Dank. Ich bitte auch wieder um schriftliche Nachrechnung. So machen wir das. Genau, dann kommen wir zum Abschluss der zweiten Runde und der Fragestunde insgesamt noch einmal zu Herrn Dr. Schulte-Wissermann, der jetzt die Aschenbachsche Freikugel nutzen kann und nochmal fragen darf. Bitteschön. Bin ich schon zu hören? Ja. Gut. Der Aschenbachsche Freikugel, ja gut, ist egal. So, es geht jetzt um die Beschlussfassung im Stadtrat zur Planung, Finanzierung und zum Bau eines möglichen Affenhauses im Zoo. Und zwar hat der Dresdner Stadtrat am 26.11. letzten Jahres beschlossen, dass der Oberbürgermeister dem Stadtrat bis zum 28.02., also bis vor einigen Tagen, eine Vorlage zur Planung, Bau und Finanzierung des Neubaus eines Orang-Utern-Hauses zur Beschlussfassung vorzulegen habe. Wie gesagt, der Februar ist vorbei, aber in der Zeitung kann man lesen, dass der Zoodirektor Karl-Heinz Uckina gesagt hat, dass er 12 Millionen Kredit aufnehmen will und dass natürlich darüber es eine Vorlage geben werde. Er aber zuversichtlich sei im Juli zu Beginn mit dem Bau und dass er bereits am 30. Oktober Bauantrag für das Affenhaus gestellt hat. So, jetzt meine drei Fragen. Ich stelle sie auch wieder am Blog. Vielleicht habe ich noch eine Nachfrage, aber ich hoffe nicht. Erste Frage. Wie ist der Bearbeitungsstand der Stadtratsvorlage zum Neubau des Affenhauses? Wann wird die Vorlage die Gremien erreichen? Wann ist mit einer Beschlussbehandlung im Stadtrat zu rechnen? Nummer zwei. Welche Beratungsfolge ist vorgesehen? Insbesondere wird auch der Stadtbezirksbeirat Altstadt in die Beratungen eingebunden. Und drittens wird die Stadtratsvorlage neben der reinen Finanzierung auch die Bauplanungen und die Betriebsplanungen. Also, wie lange ist auf? Wie viel Platz haben die Affen? Wie groß sind die Gehege? Werden sie in Gruppen gehalten? Einzelnen gibt es Zucht und so weiter. Wird auch das in der Vorlage behandelt werden? Ich danke schon mal vorab für die Antwort. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann für die tierisch interessante Frage. Und auch wenn ich gerne als Aufsichtsratsvorsitzender des Zoos einiges spontan beantworten würde, hat natürlich die Zuständigkeit hier den Vorrang. Und als Chef der Beteiligungsverwaltung wird der Kollege Dr. Lahmes hier antworten. Bitteschön. Ja, lieber Kollege Dr. Schulte-Wissermann, was für eine schöne Frage zum Abschluss der Fragerunde. Ich halte mal gerade hier was in die Kamera. Das ist die Vorlage, von der ich jetzt gleich rede. Die ist zurzeit in der internen Beratung im Geschäftsgang der Stadtverwaltung. Und glücklicherweise auch in diesen Zeiten gibt es noch Vorlagen, für die man sich Zeit und Gründlichkeit nehmen kann. Und wir wollen das am 29. März im Ältestenrat präsentieren und sehen dann eine Stadtratsbeschlussfassung am 12. Mai 2021 vor. In der Beratungsfolge haben wir den Stadtbezirksbeirat Altstadt derzeit nicht vorgesehen. Das kann natürlich der Oberbürgermeister auch in Abstimmung mit dem Ältestenrat auch noch anders entscheiden. Das hat aber den Grund auch in der Formulierung und in der Beantwortung der dritten Frage, nämlich dem Inhalt der Vorlage. Sie konzentriert sich auf die durchaus ja nicht so ganz einfache Finanzierung der Investitionen. Das ist ja insbesondere eine Kreditaufnahme des Zoos unter anderem, die dann durch eine städtische Bürgschaft gesichert werden muss, die wiederum der Genehmigung der Landesdirektion bedarf. Und aufgrund der schon vorliegenden Planung und des Planungsgeschehens haben wir hier keine weiteren Ausführungen zur Planung und zum späteren Betrieb in der Vorlage drin. Es ist ja auch so, dass es nicht der Entscheidung des Stadtrates obliegt, inwieweit hier bestimmte Parameter der Haltung oder auch bauliche Parameter umgesetzt werden. Das ist ja grundsätzlich in der Aufgabe der Geschäftsführung und der Stadtrat hat das auch nicht an sich gezogen, denke ich, aus wohlerwogenen Gründen. Gleichwohl ist ja durch die Aufsichtsgremien den engen Kontakt, die Begleitung des Prozesses auch auf jeden Fall gewährleistet und durch ihr Frage- und Auskunftsrecht. Ich habe ja durchaus registriert und jetzt auch zur Beantwortung gehabt, dass Sie da sehr detailliert und interessiert gefragt haben. Vielen Dank für die zoologische Fortbildung, die Sie mir damit gewährt haben, weil ich jetzt sehr, sehr viel über Affen und Affenhaltung gelernt habe durch das Durcharbeiten der Antwort. Und, aber wie gesagt, die Vorlage konzentriert sich auf die Finanzierung des Vorhabens, deswegen derzeit keine Befassung des Stadtbezirksbeirates Altstadt vorgesehen, gleichwohl. Dann anstatt einer Nachfrage, aber Sie können auch auf meinen Kommentar antworten, wir sind ja jetzt am Ende der Runde. Gestatten Sie mir zu sagen, dass bisher noch niemand in Dresden irgendein Detail über das neue Affenhaus weiß. Es gab eine Info, ein Info-Heftchen an den Stadtbezirksbeirat, das ist aber mit vertraulich kennzeichnet. Und wenn der Stadtrat etwas bestellen soll, also etwas bezahlen oder eine Bürgschaft machen soll, dann muss man auch wissen, was es dann am Ende wird. Und von daher, ich würde sie schlechterdings der einzige Ort ist, wo eine Öffentlichkeit nah an die Entscheidungsprozesse herankommt. Und wenn das alles fluffig geht, dann ist ja alles fluffig. Das ist eine intensive Bitte an einen meiner Lieblingsbürgermeister. Ich kann da sowieso nichts machen, aber ja. Ja, das gibt mir Gelegenheit, vielleicht eine Antwort dann auch mal deutlich zu machen. In der Vorlage selbst ist auch eine Anlage vorgesehen, die einen Einblick in die Planung durchaus ermöglicht, wo man sich eine sehr gute Vorstellung machen kann, von dem … … fertiggestellt und der Weg ist vorgezeichnet. Also Entscheidungsmöglichkeiten bestehen da im politischen Bereich nicht mehr, sondern es geht um die grundsätzliche Entscheidung, aber die Vorlage ist informativ und die Anregung nehme ich gerne mit. Insbesondere, wenn wir keine Verzögerungen haben, muss man über diesen Punkt ernsthaft nachdenken. Aber am Ende ist es eine Entscheidung des Oberbürgermeisters. Vielen Dank. Damit ist diese Frage auch beantwortet. Gut, wir haben damit unsere Fragestunde absolviert. Wir haben, wie das manchmal in der Schule auch vorkommt, aus der Stunde eine Doppelstunde gemacht. Aber wir haben die Fragen beantwortet. Ich glaube, im Detail gab es auch noch den einen oder anderen Zugewinn, was das technische Handling auch angeht. Ich stelle grundsätzlich fest, jemals aus der Perspektive, wie ich hier sehe, der Sitz hat es recht gut funktioniert von der Technik und Übertragung. Dass also auch die Anzahl der Personen so ist, dass man es überschaubar im Blick hat. Insofern halte ich es durchaus für eine recht runde Situation, die wir hier über die Bühne bekommen sind. Deswegen danke ich insbesondere dem Team hinter den Kulissen, dass diese moderne Form der Fragebeantwortung ermöglicht. Insofern, Herr Dr. Schulte-Wissermann, heute haben Sie ausnahmsweise die Menschen am Livestream gar nicht gegrüßt. Ich hoffe, das wird niemand vermissen, aber ich denke, es fühlen sich alle auch trotzdem gegrüßt. Ansonsten danke ich für die konstruktive Beratung heute. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Steigen Sie gut ein in ein Wochenende und bleiben Sie gesund und munter. Danke, Herr Rechertz. Und hiermit sind wir durch. Tschüss. Wiederhören und auf Wiedersehen an alle. Ihnen auch gute Erholung, gutes Wochenende. Vielen Dank.